Hallo zusammen, das ist der Joel. Vielen herzlichen Dank für das Schauen oder Hosen der heutigen Folge. Bevor wir anfangen, noch ganz kurze Hinweise von meiner Seite. Ich habe mich kürzlich registriert als Blutstammzellspender auf www.blutstammzellspende.ch. Dort kann man das machen und es ist eine sehr einfache Sache. Kurz sich registrieren, dann bekommt man einen Fogenbogen, den man ausfüllt und dann ein Testkit nachgeschickt, wo man so eine kleine Speichelprobe abgibt und wenn das alles klappt, dann ist man registriert. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass man das macht. Ich habe das selber auch nicht so auf dem Schirm gehabt, bis ich mich angefangen habe, zu informieren. Und warum, könnt ihr gerne in einer der letzten beiden Folgen hören. Dort gibt es auch einen Hinweis zu dem oder natürlich direkt auf www.blutstammzellspende.ch. Würde mich sehr freuen, wenn die eine oder der andere von euch das auch macht. Es ist natürlich absolut freiwillig und die Chance, dass man effektiv das mal macht, ist wahnsinnig gering. Trotzdem sehr wichtig, dass man registriert ist, weil je nachdem könnte man einen Leben retten. Darum vielen herzlichen Dank euch allen, die das machen werden. Und jetzt ganz viel Spass mit der heutigen Folge. Läuft? Fokus. Nicht stören. Das ist ganz Pocker. Moll-Dur-Zis-Dur. F-Dur. So. Christoph ist auch am Start. Alles kracht. Ja. Super. Super Sache. Wann bist du das letzte Mal da gewesen? Vor einem guten halben Jahr, glaube ich, ist es, nein, im Dezember, nein, noch schon länger als ein halbes Jahr, glaube ich, letztes Dezember ist es gewesen. Aber auf jeden Fall schon in dem Studio? In dem Studio, ja. Aber kann es nicht länger als ein Jahr gewesen sein? Dezember? Ja, weil ich glaube, ich habe über meine Winter-, über meine Januarferien geredet. Eben noch nicht? Ja, aber ich kann es planen, mit dir zusammen. Quasi. Es war eigentlich entweder 50% auf Argentinien, um meine Familiengeschichte aufzuarbeiten. Richtig. Oder 50% auf Mexiko, um Comedy schreiben. Ja. Es ist schlussendlich nichts von dem geworden. Ich bin zwar auf Mexiko, aber habe dort noch Ferien gemacht. Nein, ein bisschen geschrieben habe ich schon. Also im Januar hast du recht viel geschrieben. Nein, nein, ich habe gearbeitet, genau. Du hast mich ja damals motiviert, oder, um das Comedy-Solo-Programm zu machen. Und jetzt ist eigentlich so eine Abrechnungszeit, oder, so. Ja. Ein bisschen, also gut, du weisst jetzt schon alles, aber so. Aber es ist kurz vor der Premiere und darum finde ich das faszinierend. Knapp, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Genau. Und du hast gesagt, ja, aber du weisst nicht, was jetzt der nächste Schritt wäre, oder? Irgendwie so. Genau, wir haben ja da Karriereberatung von Mutzenbechern gemacht. Und ich bin da in diese Session gekommen, mit dir gratis sogar. Also es war ein super Deal, du hast mich da beraten. Und deine Beratung hat zur Folge gehabt, dass ich gefunden habe, entweder mache ich jetzt das mit dieser Comedy richtig, oder dann höre ich auf. Also, nicht gerade so extrem, aber eigentlich ist es so ein bisschen für mich auf das hinausgelaufen. Und dann gesagt, nein, ich glaube daran, ich mache jetzt das richtig. Es ist jetzt die perfekte Zeit. Ich habe jetzt meine Erfahrungen gesammelt an diesen Open-Mics und Mix-Show. Ich will jetzt mein eigenes Programm machen. Und ja, und dann habe ich das nach dem Podcast tatsächlich dann beschlossen und habe meine Ferienpläne auf das angepasst. Das ist nicht irgendwie da, ich gehe vier Wochen lang herumreisen, sondern wirklich einfach nur an zwei Orte gehe. Und dann am einen Ort habe ich dann wirklich angefangen, das Programm zu schreiben, das jetzt nächste Woche eine Premiere hat. Also von Erstausstrahlung von dem Podcast. Siehst du? Genau. Siehst du? Und es hat, ja, also klappt, kann ich ja noch nichts sagen. Es kommt jetzt darauf an, wie die Premiere abläuft. Aber es ist in jedem Fall schon mal ausverkauft. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Eben, also in dem Fall hat es schon sehr geklappt, muss ich sagen. Ja, das Marketing hat funktioniert. Die Leute wollen das gehen, offenbar. Das ist sehr gut. Ja, und das heisst ja, eben, also das Marketing, aber das Marketing ist das eine, weil ich finde, du hast jetzt zum Beispiel für die Premiere hast du gar nicht so viel Marketing gemacht. Also, die vermiesen machen. Eigentlich nichts. Also eigentlich, ich habe Instagram-Postet, aber ich habe kein Geld oder so in die Hänge genommen, um jetzt irgendwie eine Werbung zu schalten. Eben, du hast mir noch Plakate aufgehängt und so weiter und so fort. Das heisst, nicht einmal das Marketing funktioniert, sondern du funktionierst schon gut und das zeigt mir, dass deine Entscheidung, das jetzt richtig zu machen, die absolut richtig gesehen ist. Ja. Dass quasi die Nachfrage sicher schon mal da ist und du meiner Meinung nach ein Angebot jetzt auch gekriegt hast, das dem gerecht wird. Genau, so. Und du hast mir natürlich ein bisschen geholfen, dass die Leute auch verstehen, was das Angebot ist. Weil ich habe ja da schon, also es ist ja schon cool gewesen, wenn ich dann irgendwie gefunden habe nach dem Podcast, hey, ja, machen wir es gerade richtig und du hast mich jetzt irgendwie auf dem Prozess begleitet. und du musst jetzt eigentlich Regie, also ich habe immer, ich habe nie das Wort Regie, die Comedy habe ich nie gecheckt. Ich hatte immer das Gefühl, es sei so einer, der sagt, jetzt gehst du auf die Seite der Bühne und jetzt auf die Seite. Und dabei heisst... Gestern ist es bitte so. Ist schon, gestern ist es genauso gewesen. Die Hure-Brenschnummer. Also ja. Nein, aber natürlich, genau. Comedy-Regisseur oder vor allem Stand-up ist etwas völlig anderes als... ...Film-Regisseur so. Ja, oder auch sonst Theater-Regisseur. Genau, ich laufe jetzt dort hin und mache jetzt das. Ja. Also du hast mir eigentlich geholfen, das Programm irgendwie in shape zu bringen, hast du mir Inputs gegeben und dank dir sind wir dann auch, oder in dieser Zusammenarbeit sind wir dann auch auf der... Ja, irgendwie auf... Was ist eigentlich die Essenz von dem? Und die Essenz ist dann das Dele Guacamole gewesen, mit den Plakaten und allem. Und offenbar haben die Leute das zumindest jetzt mal für die Premiere verstanden und nimmt das Wunder, was das ist. Und das ist irgendwie... An dem habe ich sehr Freude. Ich bin noch nicht so ganz so im Sinn von... Hey, geil, erleichtert, weil ich jetzt noch voll so in dieser Anspannung bin, weil nächste Woche die Premiere ist. Und ich kann wie... Ich kann ja nicht das Produkt vorher loben, bevor es draussen ist, aber es ist schon mal cool, sind wir schon dort, wo wir sind. Ja, also bevor es draussen ist, das finde ich das Spannende am Stand-up. Ich glaube, du kannst ja einfach mit deinem Produkt zufrieden sein oder nicht zufrieden sein. Und ich glaube, wenn du ein Stand-up machst, so wie du es willst, dann gibt es gar keine andere Möglichkeit, als zufrieden sein. Voll. Es gibt dann vielleicht manchmal noch... Ich habe schon gemerkt, oh, da hast du noch... Keine Ahnung, bei meinem zweiten Solo, weiss ich, da habe ich jetzt vielleicht 10 Minuten drin gehabt, die sind jetzt wirklich zum Füllen gesehen. Nicht... Ja. Ja. Mit denen bist du jetzt vielleicht nicht so zufrieden. Ja. Ja, das stimmt. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das Produkt als Ganzes, wenn es dann draussen ist, für dich sowieso Stimmung. Weisst du? Irgendwie, wenn du selber sagst, doch, so gefällt es mir, so bin ich zufrieden, dann sind es noch Detail. Natürlich im Gegensatz zu einem Film, wo immer gleich aussieht, merkt man dann irgendwie, ah, heute oben ist vielleicht das nicht ganz so gut gelaufen, das ist besser gelaufen. Ja, voll. Voll. Und man muss dann natürlich auch so abreisen, oder wie, das ist jetzt... Man findet es selber geil, und man muss dann noch... Die Leute müssen dann noch merken, dass das geilste ist. So wie jetzt die Migros sagt, wir haben jetzt da neue Kaffee-Kapseln entwickelt, die mega revolutionär ist. Also das ist ja dann das Marketing, zu sagen, das ist jetzt... Das ist das Programm, was es noch nicht gehört hat. Das ist das Programm, was es noch nicht gehört hat. Das hat schon 2-6 Stand-Up-Comedy-Programmes gegeben, und ich mache jetzt das, was es noch nicht gehört will, und so, und das wäre dann so der Marketing-Teil. Oder man sagt einfach gar nicht, und ist total cool, und die Leute erzählen zusammen, das wäre natürlich der beste Weg, dass man gar nicht so muss. Weil ich habe wie so gemerkt, im ganzen Prozess finde ich das das mühsamste, weil ich liebe, das zu schreiben und aufzuführen und an dem zu arbeiten, inhaltlich. Auch das Plakat zu machen, beziehungsweise das Design und so, und an dem herumpröbeln, das habe ich vorher noch nie so gemacht, es hat mir mega Spass gemacht. Aber nachher der Schritt zum hergehen, zu sagen, hey, ich komme gucken, und weißt du, der Text über einen selber, der Internet-Hit, welche Schwester jetzt, auf der Comedy-Bühne, Super-Comedy und so. Und mit dem habe ich so gemerkt, ja, habe ich mich ein bisschen daran gewöhnen, um sich selber zu vermarkten, weil es ist einfacher, eben irgendwie eine Kaffeekapse zu vermarkten, wo du die Stasche nicht herstuhlst, und so stehe ich ja wirklich her, und vermarkte ich mein Face, sozusagen. Der Punkt ist der, das ist ja so absurd, das finde ich einen sehr spannenden Punkt, weil wir haben schon wahnsinnig viel über Comedy geredet in einem Podcast, aber das effektive Marketing, das ist etwas, das sehr gern vergessen geht, eben wie schwierig das ist. Und zwar nicht, klar, es ist sicher schwierig, Leute anzukriegen, weil man muss ja in irgendeiner Art und Weise ein Momentum kreieren, und irgendwie den Leuten eben zumindest das Gefühl geben, das müssen sie sehen, und wenn man ehrlich ist, gibt es 100 Sachen, wo sie müssten sehen, aber man probiert natürlich zu sagen, eben, das ist jetzt das, was sie wirklich sehen müssen. Ja. Aber der spannende Aspekt vom Marketing ist, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen vermarktest du schlussendlich ja dich selber. Abgewandelt in Form, wir haben ja auch über den Bühnen-Philipp geredet, wo ja natürlich ein anderer ist, als der private Philipp, aber trotzdem ist es ja immer noch der Philipp, und den vermarktest du dann. Und das ist der riesen Unterschied zu so vielen anderen Bereichen, wo du irgendwie sagst, geile Kaffeekapseln. Ja. Jetzt kann irgendjemand neu in einem Büro sitzen und den Text schreiben für die Kaffeekapseln und sagen, so, jetzt haue ich aber den Text raus, warum das so eine geile Kaffeekapseln ist. Und kann sich trotzdem immer mental distanzieren von dem Ding. Genau, du gehst wieder nach Hause und hast deine eigenen Probleme. Genau. Und ich erlebe mit meinem Produkt in meinem Hirn hinein. Genau. Und das Self-Marketing ist, beim Stand-up ist es so stark, weil du ja eben musst sagen, warum jetzt denn da? Ja. Und irgendwie mit meinem damaligen Regisseur, mit Manuel Weingartner, die ersten zwei Programme, super selbstironische Texte, sogar Programmtitel, irgendwie multitalentfrei. Und dann merkst du aber, ah, die Leute verstehen zum Teil die Ironie nicht, nicht, weil sie nicht Ironie an sich verstehen, sondern weil sie aus dem Kontext gerissen ist. Sie lesen, keine Ahnung, fünf Programme beschrieben hintereinander. Und einer ist einfach so, ja, der kann ja eh nicht wirklich und so. Ich sage sie, warum sollte ich da dann schauen? Also, weil es einfach nicht so im Kontext ist, funktioniert selbstironie dann viel weniger. Und danach musste ich mich auch daran gewöhnen, so, ja, okay, dann erzählen wir jetzt mal, was ich schon gemacht habe. Ja. Und dann ist es so ein bisschen, ah, das funktioniert tatsächlich auch. Also, dann haben die Leute auch mehr Interesse. Es ist halt auch mega etwas unschweizerisch, so, dass man, dort in den, in den Ferien, wo ich gewesen bin, habe ich recht viel in Mexiko lustig, weil ich es vor allem Amerikaner kennengelernt, Amerikanerinnen, wo dann einfach über, so wie nach Neujahr, da abgehauen. Hey, und, wie die einfach so in einem normalen Gespräch, in jedem Satz Pizza droppt, ja, und das haben wir noch gemacht und jetzt bin ich Marketing-Chiefleiter und alles ist awesome und ich bin awesome und was, du hast das gemacht, du bist auch awesome, du bist da, es ist immer so diese Superlative und, und, und es ist so, es kommt dann so wie arrogant oder komisch über, aber es ist einfach normal. Es ist überhaupt gar nicht so. Und bei uns ist es so, sobald du so sagst, hey, ich habe aber das Gefühl, ich mache jetzt die Comedy, die noch niemand gemacht hat, dann wieder so den eigenen Style und ich glaube voll an mich, dann ist das, das würdest du mir so nie sagen. Ja. Aber, aber wenn du irgendwie die Einstellung nicht hast und du das eben auch nicht so ein bisschen markierst, dann habe ich, habe ich mich selber gemerkt, hey, ich bin auch null so, aber du kommst irgendwie nicht weiter, wenn du nicht irgendwie selber ein bisschen so ein Step machst und sagst so, da, ich bin es jetzt. also ich muss, ich muss zumindest sagen, weil sonst ist es immer so, ja, die anderen sind ja besser und so, und du, und du, und du, und du, und du, und du, hast du auch immer so die, die, also keine Ahnung, wenn ich beim Schaffen, über meine Comedy reden, als sind wir so, ja, ja, kannst du wieder von drei Leuten irgendwie deine schlechten Gags erzählen und ich steige voll rein und sage, ja, voll und so und ich bin eh scheisse und bla 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 und es ist einfach so, es gehört zum guten Ton und in dieser Ironie miteinander zu reden, aber es bringt dich dann eben in diesem Marketing-Teil nicht weiter, so. Ja, und vor allem, das ist ja, das ist ja auch sehr schnelles Vorurteil von Comedy, also das, und das ist ja, weil jeder von uns immer wieder so einen Witz macht, kann man ja dann eben auch sagen, ja, genau, irgendwie, keine Ahnung, fünf Leute, ja, mehr als wenn ich Solo spiele und all das Zeug, oder? Ja. Und das ist tatsächlich, auch dort, die Leute füllen das an, glauben, weil das Teil vom Narrativ ist, oder? Das ist ja so selbsterfüllende Prophezeiung dann irgendwann, irgendwann kommen wirklich fünf Leute. Ja, vor allem, es ist dann eben auch ein bisschen das Image, das du selber kreierst, mit dir ein bisschen, oder? Und das hört nicht auf. Ja. Und das zieht sich dann auch durch, dass irgendwie, irgendwie auch, weißt du, wenn, meine Freundin nicht mehr erzählt, wenn sie irgendwie jemanden kennenlernt und dann hat irgendwie, keine Ahnung, kommen sie irgendwie darauf zu sprechen, ja, sie hat einen Freund, der ist Comedian und dann sagt sie irgendwie nicht wahr, die haben einfach von sich aus, dass man einfach sagt, ja, der ist Comedian, die haben wirklich das Gefühl, der ist einfach irgendwie da vorne auf dem Gleis, macht irgendwie einmal in der Woche, macht irgendwie so eine offene Bühne, wo niemand kommt. Ja. Das ist das Gefühl, weißt du, was die Leute dann haben. Von Comedian. Ja. Und ich sage, da sind wir alle mitverantwortlich, dass das Gefühl geworden ist. Ja, das ist auch ein bisschen so. Wobei, es ist halt schon so ein bisschen, es ist halt irgendwie mit den Comedian, es ist so, es ist so ein bisschen mit den Rufen. Ich habe zum Beispiel, zum nochmal bei den Amis geblieben, ich habe dann so einmal so jemandem so ein Instagram, so ich sage, ah ja, bla bla, what's your Instagram und so, und da so zeigt. Und ich sage, ah, so, ah, you, you're a singer, weil ich so, weil ich halt wirklich so Profilfotelchen drauf habe von meinen, Instagram ist für mich hauptsächlich für Stand-up-Comedy da, ich tue nicht irgendwelche Ferienfotelchen posten. Ah, you're a singer. Und dann sage ich, no, no, I'm a Stand-up-Comedian. Und sie so, ah. Das ist ja gerade so eine Enttäuschung kurz. Viel weniger sexy. ich habe gesagt, jetzt nehme ich auch irgendwie die Gitarre mit, einfach noch, so wie der Peach Weber auf die Bühne, damit die Leute zu gefühlen haben. Ich mache Musik. Musik hat da irgendwie, also das, keine Ahnung, so, in einer breiten Masse zieht das auf die erste Dinge mehr. Und bei Stand-up-Comedian zieht es glaube ich erst ab dann, wenn du wirklich einen Namen hast. Wenn du einfach so sagst, du machst Stand-up-Comedy, so ein bisschen, okay, welche psychische Probleme hat er? So, da habe ich auch so das Gefühl, wo, wo ist der Knacks? Aber wenn es dann, keine Ahnung, wenn es dann geschafft hast, dann ist es vielleicht schon so, ah, mal geil, der, 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 . Aber ich habe wirklich, ja, wirklich, ich habe gemerkt, Sänger sind immer noch so, sind Musiker sind noch so eins höher im Ranking. Gut, sie werden ja auch immer die, die Amis werden auch immer die Insta-Profil sehen, damit sie so sehen, wie viele Follower du hast. Ob es sich lohnt. Ja, weil dann wissen sie, wie viel du wirklich wert bist. Ja, es ist wirklich so, ja. Wobei natürlich Schweizer Zahlen verglichen mit amerikanischen Zahlen. Ja, eben, das macht es ja dann umso schlimmer, oder? Keine Chance. In, in, in New York habe ich wirklich, habe ich ein Gespräch auf der Strasse von irgendwie einem, wo fast vom anderen vom Auto angefahren wird, weißt? Ja. Dann auf zum Stoß und dann über Fahrten fasst, dann machen sie so, ey, wo, und so, und dann haben sie sich ein bisschen anficken. Und dann ist es wirklich zwei Sekunden gegangen, und dann so, how many failures you got? Und dann drange ich so, 2500, und ich so, was? Und so, und dann hat sie sich so, ihre Handys zu zeigen, und das ist, und es hat nicht mehr aufgehört. Und dann merkst du, es ist, aber dort ist ja dann wirklich auch die, irgendwie, Wie, make it, egal wie, oder? Dort ist es ja dann wie egal, ob der Stand-Up-Comedian oder Sänger oder Influencer oder was weiss ich bist. Einfach du, Philipp, als Marke, du musst es irgendwie herkriegen, oder? Fake it till you make it. Ja, ich hatte es irgendwie als Teenie, irgendwie, habe ich das dann auch irgendwie ein Gefühl gehabt. Also denke, man muss irgendwie... Im Inneren habe ich gewusst, ich will Comedian werden. Zumindest mal ein Soloprogramm rausbringen und so, oder? Aber ich habe irgendwie auch gewusst... Das hast du schon als Teenager gewusst? Das habe ich mit zwölf... Ah, krass. Mit zwölf habe ich den Wunsch gehabt, Soloprogramm zu machen, ja. Ah, krass. Als ich den Mittermeier am Fernseher gesehen habe, dann habe ich Zepte gelöst und dann habe ich sie gefunden, ja, so etwas will ich auch mal machen. Ja, es ist noch lustig, Mittermeier ist für mich auch so die Comedy-Inspiration gewesen damals. Ich habe wirklich so DVDs gewünscht auf Weihnachten. Ja, das ist unsere Generation. Hast du jetzt Back to Life DVD gehabt? Ja, ich weiss noch, Zepte hat es gegeben und das mit dem Mars... Das war über Back to Life. Also es war Back to Life, ja. Das zweite Programm. Ja, das ist super gewesen. Ja, das habe ich auch... Also, wenn du es heute schaust, ist es nicht so gut gealtert, finde ich. Ich finde es irgendwie nicht mehr so lustig. Ja, logisch, das ist sehr der Zeit entsprechend gesehen, oder? Ja, aber damals ist das... Ich weiss, wir haben das auf der Böckse, haben wir das mal im Zug gelassen gehabt, so irgendwie damals auf so einer Schulprojektwoche und so sind so ältere Leute drumherum gesessen und hat gesagt, und hat sich einen Witz gemacht über Arschgeweige, irgendwas. Und es ist einfach so, wir haben uns kaputt gelacht und die Eltern so gesagt, das ist jetzt schon ein bisschen primitiv da. Ja, ja, logisch. Übersetzt hat eine neue Form von Stand-Up-Comedy auf Deutschland gebracht, wo genauso wie es bei Ami-Stand-Upper dann eben geheißen hat, oh, das ist jetzt ein bisschen hart in der Sprache, so hat alles halt aufs Deutsche umgewandelt. Und Deutsch, also ich meine, das ist halt so persönliche Meinung, aber ich finde so Fuck, Shit, Piss, Kant, all das Zeugs, tönt einfach irgendwie natter als Scheisse, Wichsen, Ficken und ja, andere Wörter, die ich wirklich schlimm finde. Ja. So, das tönt dann auch irgendwie so grusig. Ja, ja. Und dann wird es natürlich, durch das kriegt es nochmal wieder eine andere Note, dass wenn dann irgendwie... Ja, das stimmt. Ficken ist so, ich habe mir jetzt lange überlegt, ich habe zum Beispiel ein Ding, wo ich mal über das halt rede, und dann sage ich aber, Bumse, weil es einfach so ein bisschen weicher ist. Ja. Ficken ist so ein bisschen so, mit dem I-Nor, so ein bisschen too much. Ja, es ist so, es ist kein schönes Wort. Genau. Und Fuck ist, also jetzt mittlerweile sowieso, aber ich weiss noch, es hätte sieben Wörter gegeben, wo man nicht hätte dürfen sagen, am amerikanischen Fernsehen, oder, wo George Carlin dann alle aufzählt, und ich glaube, der Mittermeier hat das, er hat ja auch eine Arbeit über das geschrieben, also, ähm, ich glaube, er hat das wie checked, ja, gefunden, wenn ich jetzt da will, Stand up machen, richtig, wie es die Amis machen, dann muss ich auch so schwätzen, wie die Leute untereinander schwätzen, damit sich das wirklich transportiert. Und dann hast du als Zwölfjähriger gefunden, mal, das ist dich auch. Das ist dann der Effekt gesehen. Der Effekt ist dann gesehen, dass ich eben gefunden habe, wow, da schwatzt einer und erzählt Sachen, wo ich auch würde, weisst du, wenn man, wenn man könnte und, und, und genug talentiert war und so weiter und so fort, oder? Ja. Voll in gesehen und voll erfolgreich, dann hast du gemerkt, ah, heutzutage musst du mehr die zu einer Marke machen, eben in der Vermarktung. Ja. Es reicht nicht mehr zu sagen, schau, die Person ist gut, und eben andere haben für dich das Marketing früher noch gemacht. Ja. Ich weiss nicht, wie ein Musiker früher noch, wenn du einen Deal unterschrieben hast, bei der Plattenfirma, und die gesagt haben, jetzt bringen wir die Grosse raus, dann ist das meistens passiert. Natürlich ist es ein Zahlenspiel und du machst das mit 10 und bei 2 funktioniert es nicht, oder bei 5 funktioniert es sogar nicht. Aber grundsätzlich ist es gesehen, wir machen diese Arbeit. Und heutzutage hat sich das so segmentiert und so aufteilt, dass es gibt PR-Agenturen, wo du dich zum Teil fragst, was genau machen die jetzt, außer Geld mit uns verdienen, aber wo haben die jetzt den PR gemacht? Also es hat sich so verteilt. Ja, das ist so, ja. Weil früher hast du ja auch von mir den Kontakt gehabt, von mir, kein Unterhaltungschef bei Blick. Ja. Dann ist es gelaufen, oder? Und dann bist du, der PR-Dude, gesehen. Ja. Du, Philipp, wenn du den Kontakt gehabt hast, hast du können sagen, hey, ist kein Problem, wir bringen dir eine schöne Seite. Und danach ist es gelaufen. Ja, du hast halt früher wie die Medien, die Massenmedien gebraucht, eben Radio, Fernsehen, Zeitungen. Und heute ist es eben, ja, wie du sagst, so fragmentiert, dass es gar nicht mehr, du brauchst keinen Fernsehauftritt mehr zum Grosswerden. Du kannst einfach dich selber gross machen als Influencer. Ja. Und deine Comedy-Videos machen. Und dann bist du am Marken und dann gehst du mal auf Tour und dann schaust du mal. Das Problem ist dann einfach meistens, dass es eine andere Disziplin ist. Aber so, wie man z.B. im Bendrit damals gesehen hat, der dann auf Tour geht, das ist einfach, ja, du musst jetzt eigentlich wieder bei Null anfangen. Ja. Das ist dann so ein bisschen Gefahr an dem. Ja, ja, ja. Du kannst dem gar nicht nachkommen, in das, was die Leute in dich hineinprojizieren. Ja. Das ist dann vielleicht ein bisschen das Problem an dem. Ja. Also, aber wenn du halt wie schon eh etwas kannst, sag mal, du bist ein krasser Sänger, Sängerin oder so, und dann machst du die Marken, du machst es selber. Dann brauchst du niemanden mehr, der eben von einem Brick anläutet. Ja, und sonst hast du dann aber jemanden, der dann irgendwie sagt, du musst es so und so machen, und das stimmt dann wahrscheinlich gar nicht ganz für das, was du willst. Ja, voll. So verteilt es sich dann mega in 100 Seiten, oder? Ja. Gut, ich habe den Vorteil, mich hat gar noch nie jemanden gefragt, ob ich jemanden für mich noch mehr anläuten könnte. Ich habe jetzt eh einfach gesagt, gut, man muss selber schauen, was passiert. Eben, also bis jetzt hat es ja 15 Jahre. Ausverkauft und Zusatztermin? Zusatztermin, genau, weil es ja ausverkauft ist und doch irgendwie offenbar da Nachfrage da ist, um das zu schauen zu können. Ich habe ja wie noch keine Tour zusammengestellt, habe ich jetzt aber einen Zusatztermin am 4. November im Comedy House. 4.? 4. November, genau. Was ist das? Das ist ein Dunstig. Okay. Dunstig, 4. November wäre Zusatztermin für Teleguacamole. Ist das du? Ah, nein, sorry, 3. Jetzt kann ich es rausschneiden. 3. November. Ich sage noch Scheiss da. Schneiden wir nicht aus. Ich kann es nicht so ironisch sagen. Es ist der 3. November im Comedy House in Zürich. Ist die zweite Show von Teleguacamole. Passt mir noch keine Tickets mehr. Von diesen Begierden-Tickets. Vielleicht darf ich das jetzt nicht so ironisch sagen. Von diesen Begierden-Tickets. Tut mir leid, aber ich könnte am 4. Nein. 4. November, Klassiker. 4. Was ist es jetzt? Dunstig, 3. Dunstig, 3. Hey, bin ich dumm. Sehst du, schlecht. Ich soll kein Marketing machen. Ich weiss nicht mehr meine Daten. 3. November, 22. Ja. Ja, ja. Also, findet man ja auch auf deiner Webseite. Genau. Das ist ja dann auch der Klassiker, weißt du so, ähm, im Radio verlosen. Ausverkauft, aber wir verlosen noch 50 mal zwei Tickets für Teleguacamole hierzu oben. Was mich wundernimmt, was mich wundernimmt, und ich durfte bei dir Regime machen. Mhm. Und jetzt muss ich eben so mehr gehen in dem Ganzen. Ja. Jetzt haben wir wirklich, was haben wir 20 Minuten über dich geredet und deine Comedy-Vermarktung. Ja. Ich habe gar nichts gesagt in der Zeit. Ja, es tut mir leid, schon eins. Ja. Äh, ich bin, ja. Auch mit dem Eier hast du erwähnt. Ja. So, jetzt müssen wir über mehr reden. Ja. Hau raus. Du hast, du hast mich quasi gebuchet, als Regisseur, nicht im Wissen, was ich mache. Mhm. Sondern, du hast, mit dem Frank hast du mal geredet. Ja. Ja. Ich weiss ja, was der Frank dir erzählt hat. Ja, also, gross geredet mit dem Frank jetzt auch nicht. Du hast mir einfach gesagt, du hast mit dem Frank zusammengearbeitet. Ja. Ja, ja, ich habe mit dem Joel zusammengeschafft. Und dann habe ich gesagt, ah ja, gut, der Frank macht eine gute Comedy und ich finde das lustig, wenn du mit ihm zusammengeschafft hast, dann ist es sicher gut. Ich glaube, das Cricasini-Referenz hat dann so den Tipping-Point gegeben, dass er gesagt hat, also dann machen wir das. Nein, es ist mehr Verzweiflung gewesen. Ich habe gesagt, schau, ich habe gar keine Wahl. Ich kenne jetzt einfach den Joel und jetzt machen wir es einfach. Ganz, ganz simpel. Gut. Hey. Nein, und ich habe irgendwie, also ich meine, du hast ja irgendwie vier Programme gemacht, stimmt's, vier Solo-Programme. Fünf. Fünf sogar. Du siehst fünf. Und ich meine, du hast so viel Erfahrung, machst das schon so lange und ich finde deine Sachen lustig und es ist wie so, ja, also, wieso nicht? Ja. Ja, also es wäre wie auch wie dumm. Und eben, ich habe selber das noch nie gemacht, also ich, logisch hätte ich können, ich habe mir schon überlegt, dass man jetzt das selber irgendwie durchstieren, aber ich habe jetzt, Comedy eigentlich in dem Stil gemacht, die letzten Jahre, und habe es einfach irgendwie gemacht und ich habe gefunden, hey, ich habe jetzt ist der Zeitpunkt eben mit dem Entscheid, um es richtig zu machen, dass man halt einfach auch mal jemanden hat, der es spiegelt. Ja. Weil Feedback kriegst du selten gut über, bist du auch so geil gewesen oder einfach niemand lacht, dann weisst du scheisse gewesen, aber weisst du nicht genau warum. Und da gibt es schon so ein, zwei Comedians, die an mich kommen und etwas sagen, aber so konsequent Feedback geben und eben auch Kontakt zu irgendwie Agenturen, die dann Grafik machen, irgendwie, wie gehst du es an, taktisch, strategisch. Und das war die beste Entscheidung. Das freut mich. Das freut mich. Nein, also wirklich. Das ist ja ein spannender Aspekt, mit, was du gerade gesagt hast, Feedback. Wenn man auf der Bühne ist und irgendwie Leute lachen oder sie lachen nicht, oder? Und gerade bei der Comedy, die du machst, ist ja spannend, natürlich ist das Ziel, das primäre Ziel, dass die Leute lachen. Aber sehr oft geht es ja dann auch darum, wir lachen sie. Also weisst du, weil wenn das Ziel ist, nur Lachen zu generieren, dann könntest du theoretisch einfach alte Strassenwitze erzählen und dann hattest du irgendwann ein gutes Zehn-Minuten-Set, weil einfach die Witze, das sind einfach garantierte Kracher. So, oder? Aber spannend wird es ja, wenn du dann etwas performst und Menschen lachen zum Teil, uh, aber sie fühlen sich ein bisschen unwohl. Das Lachen bleibt im Hals stecken. Weisst du, alles solche Sachen, das ist ja dann nicht mehr das Binäre, ich stand auf der Bühne, lachen sie oder lachen sie nicht. Und ich glaube, gerade in diesem Punkt ist es mega geil, einen Austausch zu haben. Voll. Das ist ja das Tolle, wenn dann eben andere Comedians nehmen auftreten und irgendwie auch verstehen und sehen, was du machst oder was du willst machen. habe ich mega oft dann können profitieren zum Beispiel vom Devel, wo irgendwie, keine Ahnung, die offene Bühne moderiert und ich probiere etwas aus und dann hätte man können sagen, ich habe das Gefühl, das könnte lustig werden. Ist es noch nicht. Ja, wenn so und so. Oder ich finde das lustig, weil das zeigt dir persönlich und nicht einfach irgendwie Imitation oder keine Ahnung. Ja, ja, voll. Und dann merkst du, aha, okay, das und das, so und so. Und dort ist es dann eben nicht mehr das Binäre, sie lachen. Nein, sie lachen nicht. Ja. Was muss ich anderes machen? Weil sonst, eben, kannst du einfach super easy Gags die ganze Zeit erzählen. Voll. Und du hast ja eben, du hast selber gesagt, du hast nicht gewusst, was denn genau ein Regisseur macht. Ja, ich habe es wirklich nicht gewusst. Ich weiss es ja auch nicht. Also du hast mir dann schon immer gesagt, eben so ein bisschen, ich habe gedacht, gut, ich stehe, also das habe ich ja einmal gemacht, wo ich irgendwie so eine für eine offene Bühne mit einem Spot gewonnen habe oder bekommen habe, dann habe ich das Coaching bekommen, dann hat mal der Guy Landolt damals, habe ich ihm einfach das vorzeigen. Ja. Und er ist auf der Couch gesessen und hat Notizen gemacht. Also so habe ich es mir ein bisschen vorgestellt. Ja. Aber es ist ja doch, eben, als du mich das erste Mal getroffen hast und wir haben dann angefangen, für was stehst du, was willst du eigentlich, habe ich mich wirklich fast so in einer Psychotherapie gewähnt. Okay, jetzt geht es richtig deep. Aber irgendwie, ich bin nachher irgendwie so heim gelaufen, bin so gehypt gewesen, weil ich das erste Mal irgendwie, ja, irgendwie so, mich so mit dem auseinander gesetzt. Das ist zum Beispiel, wie auch, wenn du beim Arbeiten hast du eine Weiterbildung und häufig sind die vielleicht langweilig, aber dann hast du mal irgendwie so eine, wo es so ist, hey, du setzst dich wieder mit dem Job auseinander und checkst mal wieder, warum der wichtig ist. Oder weißt du, so, auch den Bühnen, Bühnen-Philipp und was auch immer, das habe ich mega, das ist gut gewesen, so als Motivation auch. Ja, das ist glaube ich auch etwas, wo man sich selber ja kann, aber man muss es dann eben bewusst machen. Voll. Also, wenn man einfach so Tag für Tag irgendwie findet, okay, jetzt mache ich das, dann kommt irgendwann genau der Effekt vorweig, warum mache ich das eigentlich? und wenn man dann sich so wieder so etwas auf die Basics sinnieren, und weißt du, die Fragen, die ich dir gestellt habe, die habe ich mir auch mal alle stellen müssen. Und das ist dann eben so ein mega Prozess und dann bist du so, boah, shit, aber es wäre schon einfach, wenn ich jetzt einfach mal auf die Bühne würde gehen und auf irgendein Programm spielen, oder? Aber, aber, die Leute merken das dann auch. Dass, ja, dass es kein Konzept ist, Oder eben, dann bist du halt, gut, dann ist das Konzept einfach die Witze, die alten Witze erzählen, das ist auch ein Konzept. Genau, so, aber wenn du eben irgendwie merkst, aha, ich habe andere Ziele und das ist jetzt das und eben auch für einen selber, und darum mache ich das auch und darum will ich das machen. Voll. Und mit dem heisst es ja dann eben nicht, man verändert die Welt und hat jetzt eine Message wo noch nie jemand gehört hat. das nicht, nein. Aber, aber in irgendeiner Art und Weise ein tolles Erlebnis voll kreiert, für einen selber auch und für andere Leute, wo dann, wo dann zusammenpasst. Das ist das Geile. Ja, und ich glaube auch, dass es hilft, so ein grösseres Konzept, egal was du machst, oder irgendwie, weil sonst, eben, sonst schaffst du immer von Tag zu Tag oder eben, ich habe dann zu Open Mic zu Open Mic geschafft und am Open Mic hast du irgendwie 5 oder 10 Minuten Zeit zum Auftreten und nachher ist es einfach so, du messst dich dann anhand wirklich von den Lachern und getraust dich dann gar nicht irgendwie mal etwas Längeres zu machen und dadurch habe ich dann wie so gemerkt, hey, okay, ich checke zwar immer mehr, wie es funktioniert, wie die Leute lachen und ich habe ein paar Nummern, wo safe überall funktionieren, aber es unterscheidet mich halt null von anderen Comedians und ich habe dann irgendwann auch so ein bisschen das Feedback so ein bisschen gemerkt, so ja, ja, er macht das schon noch gut, aber was, was hebt ihn eigentlich ab und was zeigt er auf? Und erst, wo ich angefangen habe, sagen so, und jetzt gehe ich mal nicht einfach auf die Lacher, sondern ich entwickle die Gedanken, wo ich weiter habe, habe ich für mich so ein bisschen meinen persönlichen Durchbruch gemerkt, hey, eigentlich liegt nicht meine Stärke in so längeren Nummern, wo etwas entwickelt, wo irgendwie zusammenhängt, gehen und das habe ich auch in dem Prozess auch ein bisschen gemerkt. Es ist zwar gut, das Know-how haben von, okay, wie machst du einfach einfache Pointe und wie gehst du um bei einem Publikum, wo, ja, wo jetzt nicht auf dich gewartet hast, aber schlussendlich musst du dann irgendwie trotzdem, ja, zum irgendwie mich unterscheiden, habe ich dann gemerkt, ich muss, ja, ich muss auf das glauben und mich getrauen, zum halt auch die Längere und die ein bisschen vielleicht schwierigeren Nummern zu machen, weil das ist dann das, wo anders ist zu anderen Comedians oder wo ich jetzt so mache, wie ich es halt mache, weil alles andere, das können andere auch so böse gesagt. Ja, und darum ist genau der Prozess jetzt eigentlich für mich persönlich, das ist alles immer noch persönlich, ich meine nicht, aber das ist genau der richtige Weg und darum habe ich dir wahrscheinlich vor irgendwie einem halben Jahr, wenn es auch immer gesehen ist, gesagt, der nächste logische Schritt ist jetzt, jetzt war Solo, weil es einfach nochmal eine andere Disziplin ist, weil eben das Werkzeug braucht man und das hat man nach ein paar Jahren, hat man basic Werkzeug, wo man kann sagen, okay, ich weiss jetzt irgendwie, wie ich ein Lacher generieren kann, oder? Das ist schon mega viel, das ist eine grosse Leistung und dann aus dem Open-Mic-Kreis, wo du einfach immer weiter kannst Lacher generieren, ich kann mit einem Open-Mic alles neues Material spielen, es ist zum Teil nicht einmal Material und ich weiss schon, wie ich dann aus dem den Lacher schnell hole, aber es ist dann nicht der Lacher, den ich wollte. Ja, es ist eigentlich, ich will an diesem Material da arbeiten und irgendwie, ja, wenn ich jetzt mal schnell das Gesicht verziehe, dann gibt es schon kleine Lacher, weiss? Aber darum ist es eben genau das, dass man sich dann anfängt auseinandersetzen mit ein bisschen grösseren Nummern, wo man eben merkt, ja, ich habe eigentlich unbegrenzt Zeit, also wenn ich will, könnte es jetzt eine halbe Stunde sein, wahrscheinlich ist nicht eine halbe Stunde so etwas im Einzelnen zu erzählen, aber so ein bisschen eine Grundthematik und so ein bisschen so ein Dachverband vor sich dann so an, vor sich dann an Formen und darum ist das für mich eigentlich der Einzige, nicht der Einzige, aber sicher für mich der richtige Weg, wo ich dann auch merke, mit dem wachst du ja nochmal so viel mehr als Comedian, weil du nochmal einen völlig anderen Prozess durchgehst, wo du das Werkzeug, das du hast, noch ein bisschen mehr schleifst, wo du dir ein neues dazuholst und dann eben auch eine individuelle Art kriegst. Weil ja, man hat mittlerweile, mein Treuhand, da hat das gesagt, wo irgendwie so, schau mir das mit Zeugs an, also, ja, zum Beispiel, der Monat ist gut gesehen, der da ist okay gesehen und so, und, also, Ziel war ja, dass es eigentlich immer wie der Monat ist, oder? Und ich so, ja, denke, wäre das Ziel. ja, ja, aber es gibt ja mittlerweile schon sehr viel von euch. Wobei, also gibt es, kann man das nachvollziehen, gibt es immer mehr Comedians? Ist das, ja, es gibt es sicher. Ja, gut, aber so, ich habe dann das Gefühl, so die, die dann wirklich so, den grossen Erfolg haben, sind irgendwie die gleichen, die gleichen drei, oder so, weißt du, ja, aber es wird breiter. Es wird breiter und ich glaube, so die zwei, drei Stufe drunter, dort verteilt es jetzt noch mehr. Ja, das stimmt, ja. Und, und gell, also jetzt vielleicht nicht meine Treuhänder, aber so grundsätzlich, Leute machen ja keine Unterscheidung, Unterscheidung, wie gross jemand ist. Also weisst du, die Vertimenter kriegen ja auch immer noch Anfragen für irgendwelche Geburtstage, wo sie sagen, es gibt Bier und Wurst. Ja. That's it. Und dann müssen sie sagen, leider nein. oder? allein schon dort checken die Menschen nicht, dass die Vertimenter so viel, 50.000 Mal erfolgreicher ist, als alle anderen zusammen. Ja. Und umgekehrt aber auch, verstehen sie dann nicht, also verstehen sie nicht, das klingt so blöd, aber sie beschäftigen sich nicht genug damit, um die Unterscheidungen zu machen, dass wenn es heisst, keine Ahnung, die Comedy Talent Stage bei SRF 3, das sind Menschen, die drei, vier Open Mics gespielt haben, vorher, aber es heisst alles Comedy. Ja. Das heisst, durch das hast du dann irgendwie, du hast schon wieder fünf neue Namen gehört, aus dem Bereich, und irgendwie, am Fernsehen mal jemand anderes gesehen, und dann hast du natürlich noch die Deutsche Mard, und irgendwie all das zusammen, denke ich schon, es gibt schon sehr viele Comedians. Das stimmt, ja. Und es ist auch aufgekommen, irgendwie in letzter Zeit, dass, eben plötzlich fragen mich Leute, so, hey, wie kann ich, ich glaube, ich mag auch noch Comedy, ich will das auch machen. Es ist wirklich so, und es ist halt das Format, wo du böse gesagt, nichts musst können, auf den ersten Blick, aber eben, wo du aber eben dann auch am meisten auf die Fresse gehst, weil du eben einfach nichts hast, um es irgendwie auffangen. Ja, ja. Aber es ist schon, jeder kann auf die Bühne stehen und erzählen. Und das habe ich am Anfang auch gemeint, das wäre einfacher, weil, aber es ist, ja, es ist einfacher untergelegen, als dann, als dann auf die Bühne gehen, so. Ja. Ja, das ist ja, das Schöne ist, also das Schöne, doch, es ist das Schöne. Die Menschen sehen immer erst, wie schwierig es ist, wenn mal jemand richtig auf der Bühne abkackt. Voll, ja. Dann checken sie es. Ja. Weil vor Ort heisst es immer, ja, das kann ich ja auch. Ja, ja, also weisst du, was du machst und so, kein Problem, oder? Und das ist ja früher schon so gesehen, irgendwie, vor der Kamera stehen, Fernsehen, da ist noch nicht mal Publikum. Sonst ist, so wird es da, ich müsste einfach so, grüße miteinander, oder? Und, und dort hat es immer schon geheiss, wo wir irgendwie Jugendfernsehen gemacht haben, dann hast du mal eins zu mir gesagt, also was du kannst, das kann ich ja, das kann ich ja längstens. Längstens, ja, so ein bisschen auf der Strasse, mit Leuten zu sprechen, lalala. Und ich so, cool, wir haben in zwei Wochen mal ein Casting. Das ist wirklich wahr gewesen. Genau zwei Wochen später haben wir ein Casting gehabt für neue Leute, oder? Ich so, komm doch da dahin. Dann ist er gekommen, dann ist es in einem Raum gesehen, so ein bisschen wie da, alles abgedunkelt, wir hatten irgendwie Stierchen und dann hat einfach die Kamera und dann haben sie irgendwie für, weisst du auch nicht, für irgendeine Museumsausstellung haben sie müssen, eine A-Moderation machen. So, oder? Du hast ein paar Infos, viel Spass. Und dann ist der Arne gestanden, also wo der gekommen ist, und ich habe nichts gesagt, wirklich nur, hast du gekommen, hast du reingelaufen und dann ist der wirklich sofort vor der Kamera gestanden, weisst du, wirklich so gefühlt, also es ist einfach nichts gekommen, oder? Und das heisst, es gibt so gewisse Sachen, wo du einfach irgendwie so, keine Ahnung, Basic-Talent, will ich nicht sagen, aber auf deine Eigenschaften eignen sich, zum das machen, und dann kommt aber noch der ganze weitere Schritt, eben auf der Bühne, voll, lustig zu sein, auf der Bühne zu stehen und zu sprechen, ist Schritt eins, aber auf der Bühne zu stehen und dann wirklich lustig zu sein, dass das schwierig ist, es ist nicht das Schlimmste auf der Welt und das Härteste, aber dass es schwierig ist, merken die Leute immer erst, wenn jemand ist, der es nicht kann. Der es dann verkackt, ist ja dann ein anderes, Profis verkackt ja auch im Sinn von, dass sie mal ein Set spielen, wo die Leute nicht lachen und so, aber es fühlt sich anders an. Ja, sie gehen trotzdem irgendwie noch so mit halbem, erhobenen Haupt von dieser Bühne, es ist nicht so die totale... Ja, und der Maßstab, in welchem sie verkacken, ist ein anderer, oder? Es ist irgendwie, die Leute sind wahrscheinlich trotzdem unterhalten gesehen, aber es ist jetzt nicht so gelaufen, wie man hätte wollen, oder? Und Menschen, die wirklich verkacken, das sind die, die dann wirklich so dunkelrot werden und Schweissausbrüche kriegen und irgendwann nicht mehr sprechen können, oder? Ja. Und dann merkst du, es ist doch nicht so einfach. Ja, wobei ich habe ja jetzt im Zug von dieser Premiere haben wir ja, wie gesagt, eben, wäre noch gut, zum Tryouts zu machen, also zum das auszuprobieren und ich habe jetzt, also ich habe ja zwei Termine und einen habe ich schon gehabt und dort habe ich mich also auch gefühlt wie wieder so das erste Mal auf der Bühne, wie einer, der gar nichts kann. Weil das ist wirklich, also es ist, das ist einfach so einer von diesen Auftrücken gewesen, wo einfach so alles kann schief gehen, wo schief gehen kann. Ja. Das ist wirklich, das ist einfach, ich bin wirklich nicht herr, und ich bin schweissgebadet und nachher dort draussen gegangen, ins Auto gesessen und gedacht, pwah, was mache ich das, was mache ich da eigentlich? Das ist wirklich, aber eben, also ich habe immer so das Gefühl, äh, ich bin noch in einer Phase, wo so etwas immer noch passieren kann, dass, also ja, die haben sich schon unterhalten gefühlt, zu einem gewissen Grad, aber das Setting ist mega schwierig gewesen. Ja. Und ich bin schon, weil die Hände, also es ist ein Bar gewesen, die haben gar keine Soundalage gehabt und ich habe immer das... Und ganz schnell die Nase geputzen. Ja, ja, ist gut. Aber erzähl noch, erzähl noch. Äh, die haben ja nicht mal eine Soundalage gehabt, aber ich habe das ja am ersten Tag vorher dann eigentlich wie erfahren und dadurch, wenn ich eigentlich am Tag vom Auftritt, habe ich noch müssen, das ist jetzt vorher komisch, wenn ich da einfach so ins Leere reinrede und du da hinten hast du mir das erzählst dir. Ich kenn's schon. Ja, du kennst die Geschichte schon, ja. Also ja, noch nicht ganz, ich habe das eben nur ansatzweise erzählt. Auf jeden Fall, genau, dann habe ich eine Stereo-Lage und all das Zeug organisieren, bin sehr in Stress gekommen, mit denen, ich habe kein Auto, dann habe ich ein Auto organisieren, dann habe ich keine Zeit mehr zu nachts essen, dann bin ich irgendwie auf der Raststätte noch einen Kaffee geholt, lehre mir den Kaffee, weil der Deckel nicht richtig drauf ist, auf der Fahrt über mein Liebchen und das ist ja auch etwas, was ich gelernt habe, ich habe, hey, dann habe ich einfach so eine riesen Kaffee gepflegt auf dem Liebchen und dann habe ich nicht so auftreten, dann bin ich wirklich noch so schnell rausgefahren, irgendeine Raststätte im Aargau, habe dort geschaut, ob es T-Shirts haben, es hat nichts gehabt und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich halt das dicke Hemd anlegen, habe dann das dicke Hemd angelegt und komme in die Bar und es ist dort irgendwie 50 Grad, weil es ist noch so einer der letzten heißen Sommerabenden gewesen. Es ist schließlich auch die Magma-Bar. Es ist vulkan heiß gewesen und ich habe einfach schon und ich habe irgendwie recht zu Nacht gegessen, dann habe ich mir dann noch Traubenzucker dabei gegessen und ich war aber dann schon abgelaufen und die Traubenzucker sind wirklich so hart gewesen und ich komme dort rein und einfach so Zweiertischli, es läuft so 80er-Jahr-Musik, so ein bisschen Chillout, Toto, Afrika und so, das wäre jetzt noch einer der besseren Songs, aber einfach so ein bisschen das Setting und so ein bisschen äh, heedere Herrschaften und Frauschaften, die dann also Zweiertischli hüpfen. so ist die Stimmung gewesen. Und es sind vielleicht etwa 10 Leute gewesen oder vielleicht sagen wir 12. Ja, immerhin. Und dann habe ich dann mein Stand-up Comedy Programm äh, durchbringen und ich habe von Anfang an gemerkt, äh, irgendwie werden wir da nicht warm. Es ist wirklich so auf einem Date gewesen, wo du irgendwie Personen kennst und du merkst irgendwie schon nach zwei Minuten, nein. Wir müssen jetzt schauen, dass wir das Bier noch zusammen trinken, aber es wird nichts. So ist es mir gegangen. Ja, aber dann musst du es durchziehen. Das Ding war, ich war auch noch nicht so wie im Prozess des Programms, dass ich die Übergänge schon mega gut gekonnt habe. Das heisst, ich bin dann durch die Unsicherheit auch rausgekehrt. Es sind dann Leute irgendwie noch reingelaufen während der Show. Und ich habe dann probiert, ein bisschen Crowdwork zu machen, aber ich habe es dann halbpatzig gemacht, so ein bisschen mit den Leuten geredet. Und es war wirklich der schlimmste Auftritt ever. Es war wirklich hart. Aber das Geile ist ja, dass du, du sagst, dass du dich wieder gefühlt hast wie ein blutiger AFA, aber eben in einer völlig anderen Disziplin. Das heisst, genau das, du hast mir dann nachher irgendwie, ich weiss nicht, ob Spruchnachricht oder Telefon, hast du mir irgendwie gesagt, ich weiss jetzt, warum du hast wollen, dass ich dort und dort herange. Ja, weil du hast mir gesagt, du gehst mir hier in das Pub oder in das Pub. Und ich so, ja, nein. Dann habe ich mit den Leuten geredet, ja, letztes Mal hat sie nur Besoffene gekannt. Und er so, mal, genau dort musst du her. Ich so, aber Joel, ich will das nicht. Aber das ist genau der Punkt. Du musst. Ich so, okay. Und ich glaube, das ist der Punkt gewesen. Wenn du nicht da gewesen wärst, wenn du mir gesagt hast, du musst, das zu herangehen, hätte ich gesagt, nein, ich weiss genau, wie es rauskommt. Und es ist natürlich genau so rausgekommen. Aber es ist eine mega wichtige Erfahrung gewesen, weil ich einfach auch so Sachen gelernt habe, wie, okay, vielleicht sage ich mir noch gut, ein zweites T-Shirt mitnehmen. Einfach für den Fall. Ja. Vielleicht ist es einfach wichtig, dass du zwei Stunden vorher noch etwas eisst und so. Ja. Es ist nicht nur ein 10-Minuten-Set oder ein 20-Minuten-Set kannst du durchmachen, aber wenn du nach 1,5 Stunden da bist und du merkst, du hast einen tiefen Blutzucker oder du fängst an zu schwitzen und dann sind einfach so Grundbedürfnisse von deinem Körper nicht abgedeckt, dann kannst du auch nicht performen. Und dann noch bei so einem Publikum. Also es ist wie, und da sind so Sachen, wo ich gemerkt habe, hey, Vorbereitung ist sehr wichtig, zum Beispiel. Oder auf die Leute eingehen, wenn du merkst, auf die Situation eingehen, wenn du merkst, dass es nicht so funktioniert. Und ein bisschen so Sachen, ja. Ja, und das ist ja dann eben, weil es eine neue Disziplin ist, lehrst du dann dort auch völlig andere Sachen. Und eben Open Mic, wenn du willst, kannst du seit, keine Ahnung, seit zwei, drei Jahren sicher, kannst du immer gute Open Mic auftreten haben. Ja. Du, wenn du willst. Du weisst, ich spiele die Nummer, ich spiele die und das und dann habe ich ein top 10-Minuten-Set. Und das kannst du machen bis... Als Lebensend. Ja, bis es vorbei ist. Ja. Aber mit dem bist du dann nie die Komfortzone... Das hast du mal müssen machen, ganz am Anfang. Hast du deine Komfortzone verloren, weil du hast entschieden, ich gehe jetzt mal auf die Bühne und ich probiere das mal. Und dann kannst du in diesem Komfort, kannst du einfach baden. Aber dann bleibst du auch in dem. Und das ist wie mit vielen Sachen, auch im Leben und bla, bla. Ja. Ist aber tatsächlich so, wenn du mal ein bisschen weiter gehst, dort wo es weh macht, dann passiert auch wieder etwas. Voll. Und dann gehst du auch völlig anders wieder an eine oberfüllende Show von dir selber. Mhm. Ich weiss noch, als ich angefangen habe, Solo zu spielen, wenn ich einen Solo-Tag hatte, ich habe auch noch nicht so viel gehabt, an diesem Tag konnte ich vergessen, dass ich irgendetwas anderes mache, als das, was mit dem Solo zu tun hat. Weil ich bin eben auch selber noch schlecht organisiert gewesen und irgendwie noch ein Bühnenbild, wo irgendwie auch kompliziert gewesen ist und solche Sachen. Und dann bist du wirklich so nur mit dem beschäftigt. Nur im Stress. Mhm. Nicht mal Zeit gerade zum nervös sein, sondern einfach mehr, boah, ab dem Moment, wo ich aufstand, wenn ich mich losse, nochmals bitte und das und so. Und mit der Zeit ist es dann so, eben Routine, schon fast wieder. Mhm. Und dann merkst du, ah, jetzt muss ich wieder irgendetwas Neues machen. Ja. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Ja. Und das ist eigentlich genau das. Was mich noch Wunder genommen hat, oder mich noch Wunder nimmt, das habe ich dich bis jetzt noch nicht gefragt in dem ganzen Prozess. Am Tag der Premiere, gehst du irgendwie Teil vom Programm nochmal irgendwie durch oder im Kopf durch oder ist für dich einfach so, ja, nichts mehr mit dem zu tun haben und dann am 8. fängt es an und dann gehst du auf die Bühne? Allererste Premiere, das hat er glaube ich erzählt, allererste Premiere, 1. November 13, ist am 31. Oktober, also am Obervorherd, ist ein grosses Konzertgesitz Basel vom Charles Bradley, hat er geheißen. Er ist leider verstorben mittlerweile, grossartiger Soul-Funk-Sänger, so. Und ich irgendwie so, ah, Tag vor der Premiere, uff. Und dann habe ich irgendwie kurz entschlossen, irgendjemand hat noch gesagt, komm doch jetzt einfach, ich habe noch ein Ticket und ich so, fuck it. Und das ist der beste Entscheid, den ich jemals gemacht habe, dass der Kopf nochmal nebeneinander sahen kann, von ihm in einem Live-Erlebnis, irgendwie ist es eine geile Stimmung gesehen. Und eben, nachträglich bin ich so froh, dass ich ihn mal live gesehen habe. Und dann habe ich so gemerkt, ah, manchmal ist es dann eben gar nicht so schlecht, sich ein bisschen von dem wieder zu entziehen, weil sonst bist du so fest in deinem Kopf drin. Gestern haben wir mal etwas geprobt und sobald du dir hast neue Sachen überlegen, sind dann eigentlich die Basic-Sachen auf einmal so, ah, der Text, warte jetzt, wo bin ich jetzt gesehen? Und das ist eigentlich genau der Effekt, oder? Das heisst, so vor der Premiere, dann ist es gemacht. Ja. Ich meine, ich verdanke dir wahnsinnig viel, äh, dem Dominic Gisin, der damals mein Manager gewesen ist. Und da hast du mich so, grosser Bruder-Manager gesehen. Ja. Weil, einfach, der hat mir Wochen zu sich genommen auf Bahn und wir sind einfach irgendwie gut Ciabatta essen und, äh, irgendwie einmal hat die, genau, hat man irgendwie eine grosse Sitze gehabt und er so, oh, aber warte jetzt, ein Kollege von mir kommt, das habe ich völlig vergessen, sorry, der kommt dann vorbei. Und ich so, okay. Und dann ist er vorbeigekommen und er hat gesagt, so, und dann erzählst du jetzt dein Programm. Du musst nicht spielen, erzähl einfach, erzähl einfach, was du hast. Mhm. Und dann habe ich das dann erzählt und er hat fast verreckt, voll lachen. Und dann bist du so, ah, okay. Und dann hast du siehst, es funktioniert ja. Du weisst, dass es funktioniert. Du bist jetzt einfach viel zu fest in deinem Kopf schon mit hundert anderen Sachen. Back to Basics. Und das ist für mich so an einer Premiere. Ich glaube, der Frank hat das jetzt schon gesagt, am Tag selber hat er das Handy abgehauen, oder? Das entspannteste ever. Ja. Einfach weglegen. Ja, dann schaffst du in deinem Film und kannst dich wirklich mental vorbereiten im Sinn von, heute Abend trete ich auf und es wird geil. Und das ist eigentlich die mentale Vorbereitung. Nicht, uh, was mache ich denn, ah, da, da, der Übergang. Ja. Das interessiert am Schluss eigentlich gar niemand. Voll. Auch dich nicht. Aber du hast das Gefühl, ah, das ist jetzt das Wichtigste, oder? Ja. Ja, also es geht um das Grundgefühl, das du irgendwie übergehst, oder? Genau. Und eben, so wie alles schiefgelaufen ist bei diesem Tryout, genau das weisst, das gilt es zu vermeiden. Aha. Und dann gibt es hunderttausend Tricks, um das zu vermeiden. Ja. Und, also irgendwie, ich bin manchmal erstaunt, wenn auch bei Mixed Shows oder so, wenn jemand noch hinter der Bühne, fünf Minuten vorm Auftritt, der ganze Text durchgeht. Und ich so denke, das ist, meiner Meinung nach, ist es nicht förderlich. Ja. Das ist eher das Gegenteil. Ja. Eher, irgendetwas in deinem Kopf passiert dann, weil du hast es gerade erzählt, das heisst, du erzählst es dann nachher nochmal auf der Bühne. Mhm. Jetzt habe ich schon gehabt, wenn ich irgendwie mehrere Sets an einem Tag habe, musste spielen, dann fuhr auf einmal die Hirne irgendwie an, so irgendeinem, hinten, das Unterbewusstsein, das hast du schon erzählt. Und dann bist du so ein bisschen, oh, habe ich das jetzt auf der Bühne denen schon erzählt? Also irgendwie, Menschen sind unterschiedlich, vielleicht können das andere besser abstellen. Aber bei mir passiert dann so ein Zeugs, wo ich so finde, nein, 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 wegnehmen von dem, oder? Darum habe ich auf der Settliste und dort stehen einfach ein paar Sachen drauf und dann schaue ich mal drauf und sage, ah, okay, jetzt machen wir das. Ja. Und, und, im Kleinen wie im Großen funktioniert das für mich am besten. Und wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn du am 8. Premiere hast und am 6. findest, ich spiele es jetzt nochmal durch. Ja, nein, das kennt man jetzt nicht in den Sinn. Ab Mitte oder so, okay, nur mal schnell durch, okay, warte, schnell abläuft, einfach nochmal mit dem Kopf, so, schnell durchgegangen. Ja, natürlich. Also weisst, ich habe schon, eben, wenn ich an einer Show gefahren bin, habe ich zum Beispiel irgendwie eben an einem Set gelöst oder so. Ja. Und dann hast du ein bisschen mehr Feeling. Aber auch dann, ich habe einmal ein Set gelöst und es ist so gut gesehen, wo ich dann wirklich so fand, boah, geil, oder? Und dann gehst du aber auch mit der falschen Einstellung an. Ja. Und dann bist du so, hey. Du hast das Gefühl, das ist das jetzt das beste Set jetzt. Hey, ich bin auf den Geist ein, weißt du so. Und dann kommst du auf die Bühne und dann eben funktioniert es irgendwie nicht gerade so, wie du dir wünschst. Und dann bist du schon zu fest in deinem Kopf wieder gefangen. Aber es sollte ja eigentlich so sein. Und das merken die Leute. Die Leute merken dann, dass du dann ein bisschen bist, hey, aber, hey, hä? Ja. Kommen wir jetzt? Ja. Dann erzwingst es so. Genau. Du bist, match die Energy. Also weisst du, auf einmal merkst, aha, also, die wollen jetzt ein bisschen ruhiger angehen. Dann können wir jetzt mal ein bisschen ruhiger an. Voll. Oh, jetzt können wir da mehr. Achso, dann gehen wir jetzt rein. Ja. Also es ist das Wasser auszutesten. Ja. So, wie warm ist es? Okay. Wie kommen wir da rein? Du kannst nicht den Pool, kannst du nicht den Pool, der kalt ist, auf 30 Grad erhitzen innerhalb von einer Minute. Voll. Wenn der Pool eh schon warm ist, dann kannst du sagen, also, jetzt schmeissen wir noch ein bisschen Lava rein. Dann wird es richtig ein bisschen Magma. Genau. Dann wird es richtig. Ein Magma-Feeling. Dann wird es richtig übel. Nein, aber das ist, wie mit allen, mit den Erfahrungen, die man sammelt, kommt es immer weiter. Und ich fühle mich dann manchmal wie so ein mega alter Dude, wenn er das erzählt. Aber ich merke, dass Menschen, die seit einem Jahr spielen, auch ihre Erfahrungen schon teilen und erklären, was sie gelernt haben. Und das finde ich eigentlich das Geile. Das ist eigentlich das Wichtige daran. Jeder Mensch ist irgendwie auf dem eigenen Kurs und hat verschiedene Erfahrungen und kann es halt immer nur auf sich beziehen. Voll. Weil alles andere bringt ja nichts. Darum finde ich es immer so schwierig, wenn irgendwie Leute erklären, wie es richtig soll sein, sondern es ist eher, hey, für mich stimmt das so. Und das kann jemand anderem wieder helfen. Mhm, für dich stimmt das so, aber wenn ich jetzt ein bisschen etwas anderes mache, dann stimmt es für mich. Aber ich finde es gut zu wissen, was für dich funktioniert. Ja. Das ist es eigentlich. Aber das ist dann noch das Schwierige für mich dann zum Abschätzen in der Zusammenarbeit, die wir haben, weil du gibst mir ja viele Inputs und so und Sachen. Und das meiste, also es hat ein, zwei Sachen gegeben, wo ich zuerst so ein bisschen gesagt habe, nein, ich möchte das behalten, das ist gut so, es funktioniert, wo ich dann irgendwann aber gleich nachgegeben habe, wo ich aber auch, weil es für mich zuerst auch Sinn machen musste. Und dann gibt es auch Sachen, wo ich dann so übernommen habe und dann gesagt habe, ah, aber für mich passt es irgendwie nicht so. Und das finde ich noch, das finde ich noch, ja noch spannend zum Schauen, okay, was, was nimmst du auf und wo machst du Widerstand in dem Sinne oder wo fangst du an argumentieren und wo ist so, mal, das ist logisch, wieso hat es mir noch niemand gesagt und so ein bisschen das herauszufinden. Ja. Oder ich habe dann auch ein, zwei Sachen, wo die Inputs von dir ausprobiert auf der Bühne und ein paar haben wirklich funktioniert und dachte, geil, jetzt ist die Nummer noch besser. Und die anderen habe ich gemerkt, ich bin nicht so ich, wenn ich das so sage. Ja. Und das ist auch noch so etwas, wo ich das erste Mal hatte, weil bis jetzt habe ich immer mein Zeug einfach alles selber geschrieben, also eigentlich immer noch, aber ich habe noch selten irgendwie so Inputs von aussen mit, hey, und das habe ich jetzt wie so das erste Mal gehabt, das ist auch noch spannend gewesen, um das so ein bisschen selber herauszufinden, was passt für mich und was eben, was mache ich halt vielleicht ein bisschen anders und genau darum funktioniert es eben so. Ja, und darum habe ich, Frank damals schon gesagt und dir auch, also weißt du, der Chef bist ja dann gleich du. Und das Einzige, was man kann machen, ist, Erfahrungen teilen, Meinungen zu sagen, hey, mein Gefühl war so, aber entscheiden, tust du am Schluss ja gleich du. Voll, absolut. Und das finde ich auch ein spannender, grundsätzlich am ganzen kreativen Prozess, auch wenn irgendwie Frank, Charlie, Sven, Cenk und ich, wenn wir irgendwie da die Comedy Camps gemacht haben, wo wir irgendwie noch nicht mehr nahe sind, oder? Dann macht jeder so ein bisschen Ding und irgendjemand gibt wohl Input und sagt, hey, wie war das? Und dann ist es so, ja, verstand ich, aber wollte ich jetzt irgendwie nicht. Und etwas anderes findest du dann so, ah, voll geil, ja. Habe ich noch nie so angelügt. Aber eben, die Entscheidung liegt am Schluss immer bei dir. Ja, voll. Und das ist für mich auch ein spannender Prozess, weil ich dann auch so dabei, eben, wenn ich jetzt bei dir zum Beispiel Inputs gebe, merke ich dann auch, wie ich zum Teil so muss sagen, aber, gell, ich weiss ja auch nicht, ob das funktioniert. Es ist ja keine Garantie. Ja, es ist keine Wissenschaft. Genau. Es gibt auch eine Jail-Free-Card, wenn du so machst, sondern mehr, das ist mein Gefühl. Und lass uns zusammen herausfinden, ob das für dich stimmt und wenn es für dich stimmt, wie kriegt man das dort noch weiter, oder? Also, ein Beispiel ist eben die Brunch-Nummer, wo, ich glaube, auch dort wieder der klassische Fall ist, von, man muss zuerst ein bisschen aus dem Komfort raus, oder? Dann hat man so das Gefühl, oh, bin mir nicht sicher. Und wenn dann aber, wie der Schritt überwunden ist, wenn dann eben wie so vom 10 Meter gumpt bist, dann merke ich so, boah, das ist dann geil. Ja. Jetzt mache ich es nochmal. Und ja, jetzt können wir da ob jetzt mehr. Und es gibt irgendeine, habe ich bei mir schon mega oft gemerkt, es gibt dann irgendwann also den Tipping Point, wo irgendwie so, du merkst auf der Bühne, ah, das kann ich noch ein bisschen mehr. Ja. Und das kann ich noch ein bisschen länger reiten und dann kann ich noch ein bisschen, und irgendwann, so keine Ahnung, 70-Show, bist du so, oh, oh, jetzt bin ich drüber. Ja. Ah, okay, jetzt sind wir wieder ein bisschen drüber. Ja, ja, es, ja. Und das finde ich so geil an Stand-Up, es ist so ein konstanter Prozess. Und über das haben wir auch viel geschwärzt. Ich meine, zum Beispiel bei zwei am Morgen machst du ein Konzept, eine Idee, dann schreibst du ein Konzept dazu und schreibst ein Skript oder so und dann filmst du es und dann schneidest du es und im Schnitt merkst du noch so, ah, warte, wenn ich da irgendwie eine halbe Sekunde früher rausgegehe, dann ist es ein bisschen tighter und dort, uh, die Stille, die lassen wir jetzt noch schnell, das gibt ein bisschen mehr Effekt. Und irgendwann sagst du dann, okay, so ist es jetzt. Ja. Das ist es und so wird es hochgeladen. Vor allem keine Zeit mehr. Wir müssen zwar noch alles verbessern, aber jetzt muss es hoch. Und genau das Gleiche ist im Stand-Up, die Deadlines, die sind aber eigentlich einfach jeden Abend die Show. Ja. Das heisst, der Prozess hört in dem Moment auf, wo du dann auf der Bühne bist, aber wegen dem ist der Prozess als Ganzes noch nicht beendet. Das heisst, nach der Premiere findest du dann, ah, warte, jetzt dort und dort, das machen wir vielleicht jetzt anders und das machen wir jetzt so. Ja. Und, und darum ist ein Programm eigentlich nie fertig. Irgendwann hast du auf der Nieren. Ja. Und sagst, okay, jetzt haben wir es gespielt. Und es ist etwas völlig anderes als am Anfang. Ja. Oder, ja, ja. Und wenn du das noch weiterspielen würdest, dann wäre es irgendwann wieder anders. Aber das, das, das finde ich so geil. Es ist so die, die konstante Evolution. Voll, voll. Aber das, das finde ich noch spannend, was du gesagt hast, mit dem eben, also ich meine, insgesamt ist ja schon der, der Schritt zum Soloprogramm machen, irgendwie out of the comfort zone sozusagen, ja, oder nicht comfort zone, aber so, okay, jetzt voll drin, jetzt musst du es einfach durchziehen bis zum Schluss. Und ich weiss, das gleiche Gefühl habe ich, wo ich angefangen habe an Stand-up-Comedy machen, habe ich es klassisch gemacht, ich bin einfach auf der Bühne, habe erzählt und habe gefunden, okay, ein paar Sachen funktionieren, andere nicht. Und ich habe mega lange immer mit meinem Hinterkopf so eine, keine Nummer, wo ich sage, jetzt spiele ich mal den Telezüri-Reporter. Irgendwie, ich finde, ich habe das mal so, bei Kollegen, oder nein, mal besoffen auf dem Open Air sogar, habe ich irgendwie den Ilma Sepp-Beitrag nachgemacht und die Leute, aber die sind alle sturzhagel-dich gewesen, haben sich einen abgerollt und es ist überhaupt nicht, dort habe ich noch nicht mal die Comedy gemacht und dann ist mir das in den Sinn gekommen und ich habe mich so lange nicht getraut, weil ich habe gedacht, ich mache mich lächerlich, wenn ich anfange, irgendjemanden so nahe zu machen. Und das erste Mal habe ich gesagt, jetzt mache ich es. Und das erste Mal, als ich es gemacht habe, habe ich plötzlich so ein inberühnstiges Lachen gehört, das ich vorher noch nicht erlebt habe auf der Bühne und das war so der Moment, so, okay, shit, auf dem kann man, da kann man etwas machen. Und dann habe ich angefangen, eben so eine Parodie und so einzubauen als Element und habe gemerkt, okay, das ist cool und das andere weiterentwickelt. Und jetzt ist die Brunch-Nummer, was darum geht, wenn man 30 so Brunch als Endboss von der Jugend, ist so ein bisschen die Prämisse, ist das erste Mal, wo ich wirklich ernsthaft Physical Comedy mache und das ist bei mir jetzt halt wieder so ein Step, wo ich einfach am Anfang auch so ein bisschen gesehen bin, hey, aber schon ehrlich, ich weiss es nicht, dann lebe ich auf dieser Bühne um als Game Character, es ist so lächerlich. Aber jetzt, je länger wir das machen, jetzt habe ich es das erste Mal auch ausprobieren, weil die Open-Mags endlich wieder losgehen und ich gemerkt habe, Mann, es geht eigentlich. Man muss noch ein bisschen dran feilen und ich muss mich mehr überzeugend machen, aber es ist auch wieder so ein Step, okay, Physical Comedy, also da, wo ich gemeint habe, ich bin eigentlich nicht so mega der Typ für das, aber Mann, es ist eben eigentlich schon cool, Es geht eigentlich eben schon. Ja, vor allem, was heisst, du bist nicht der Typ dafür, es ist eben, du hast für dich irgendwie mal dir überlegt, das gefällt mir, das gefällt mir weniger, das will ich sein, wenn wir so einen Frogenbogen durchgehen, und für das will ich stehen und so. Aber Stand-Up ist ja auch das Ziel, die Essenz vom selber lustig sein. Weil eben so Menschen, die unter Leuten lustig sind, können auch auf der Bühne lustig sein. Der Prozess da vorne ist schwieriger. Wie kriegst du es an, dass die Essenz von deiner Lustigkeit, dass die sich auf der Bühne auf Menschen überträgt? Ja. Das reimt sich. Megaschön. Aber das ist dann eben, und du bist, du bist ein physischer Mensch. Viele sind das, also es gibt sehr wenige, wo... So ein Stois. Ja, wo in ihrem Leben, du bist jetzt Stois, hast du jetzt so... Ja. Ja, ja, ich fuchtle auch miteinander, wenn ich rede. Genau. So. Und das heisst, das kann man eben auf der Bühne übertragen, man muss es einfach richtig einsetzen, oder? Mhm. Weil eben am Anfang sind mega viel auf der Bühne, physisch, aber sie wissen ja nicht, warum. Ja. Sie laufen einfach irgendwie rum, und irgendwie, ich habe früher eben so einen komischen Sternschritt gemacht, und das ist eigentlich auch physisch, aber es ist nicht bewusst eingesetzt. Ja. Und wenn du merkst, aha, jetzt stehen wir mal, und jetzt tun wir es einsetzen, dann passiert viel mehr. Ja. Und das sind alles so Sachen, auch wie man ein Mikrofon einsetzt, und so, da kann ich upnerden bis übermorgen. Da kann ich stundenlang, und dann kann ich Videos schauen, und kann, der Jan Billet hat das über Eishockey gesagt, er hat gesagt, schaue mal, schaue mal nur auf einen Spieler beim Eishockey. Mhm. Dann ist es spannend. Ja. Wenn du keine Ahnung hast von Eishockey, oder? Ja. Dann checkst du mal, wow, was macht der eigentlich? Wieso fährt der jetzt da vorne, oder? Und genau das Gleiche kann ich machen, dass ich mal einen Auftritt nur auf das Mikrofon schaue. Ja. Dann schaue ich 10 Minuten Auftritt, und ich schaue nur, was passiert mit dem Mikrofon. Du hast das Gefühl, es redet ja jemand nur rein. Und dann merkst du, aha, aber da geht es ein bisschen weiter weg, aber bewusst. Mhm. Und da geht es jetzt ganz nah, und da wird man jetzt ganz leislig, aber man ist mega nah. Also weißt du, ja. Alles so Sachen, es ist ja nicht von jenen, dass zum Beispiel, bei Friemann hat es das immer geheißen, so die Diva-Sängerinnen, oder? Die haben ja immer irgendwie so, so auf dem Mikrofon, die sich ein bisschen rumtappen, und wenn sie dann läuter werden, dann gehen sie so ein bisschen weg, und dann tun sie wirklich so modulieren, oder? Ja. Das macht man sich mega gerne lustig, und ich verstand es auch, weil sie seht ja auch ein bisschen beschissen aus, zum Teil, wenn sie so, ha, 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 ha. Ja. Es macht aber absolut Sinn. Weil wenn sie das Mikrofon wieder hier vorne halten, dann würde es überschauen und es würde kacke tönen. Und das sind alles kleine Sachen. Dass die Leute das Gefühl haben, man steht nur auf der Bühne und schwarzt einfach ein bisschen in dem Mikrofon. In der Essenz, ja, aber was passiert sonst noch alles? Und das sind dann auch die spannenden Bereiche, die ich bei dir gesehen habe. Ich finde, du bist mega, mega talentiert. Und du hast super geile Denkweise auf Sachen. Und du hast die Werkzeuge schon gelernt, wie man einen Joke strukturiert und wie man eine Geschichte aufbaut. Und solche Sachen. Und wenn man dann, wie so von aussen sieht, da gibt es noch ein bisschen mehr, wo einfach man selber vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen ist, das zu erforschen. Dann einfach mal schauen. Weil wenn du gesagt hättest, ich fühle mich wirklich wahnsinnig unwohl und das bin einfach nicht ich. Und nicht das, was du jetzt gerade vorgesagt hast. Dann hat man gesagt, ja, dann lassen wir es. Also logisch. Ja, voll. Ich finde es cool, auf der Bühne wie in andere Rollen hineingehen oder auszubrechen. Das finde ich eben spannend. Und darauf finde ich es wie, ich glaube, es wäre nicht ich, wenn ich plötzlich anfange in meinem Verzählen hinein, wie jetzt mit dem Rob Spence anfange, die ganze Zeit so physical Comedy eigentlich zu machen. Aber ich finde es eben geil. Und das habe ich ja auch immer wieder, dass ich halt in gewisse Figuren oder so auch so ansatzweise noch mit reingehe. Und dort bin ich mir dann wie für nichts schade. Und das, das kann ich schon. Es ist mehr so, wenn ich mich selber bin, bin ich eher so ein bisschen, die Leute sagen dann, ja, du bist ja eigentlich so im Umgang mega so zurückhaltend. Und je nachdem, wenn man einen gut kennt, schon offen so, aber nicht so, nicht so dran. Aber nachher, wenn du auf die Bühne hochgehst, Leute, die mich nicht so gut kennen, sagst du, was ist mit dem los? Das ist ja ein anderer Mensch. Und so, und das finde ich kann man gut auskosten, einfach zu sagen, hey, das ist die Situation und so und das mache ich gerne. Und dann gehe ich auch voll dort rein. Aber dann kann ich aber wieder zurückkommen. Ich könnte das jetzt nicht durchziehen, wahrscheinlich zwei Stunden lang. Und das finde ich auch irgendwie das Cool. Das Wechseln, weil du ja nur eine Figur bist auf der Bühne. Es gibt Leute, die einen Abend lang so herstehen können und das ist trotzdem spannend, aber ich finde es halt cool, irgendwie halt durch das du nur allein bist und auch keine Sketches oder etwas spielst, ist einfach die Welt selber zu erschaffen, indem du halt dann anfängst, auszuschweifen, abschweifen. Absolut. So. Weil, über das haben wir auch schon geredet, an Stand-Up finde ich geil, dass ja alles möglich ist. Mhm. Obwohl es die reduzierteste Kunstform ist, die es gibt, weil man wirklich einfach nur dort schaut mit einem Mikrofon, ist die Erzählung ist von allen Formen von, wie will ich das sagen, von Geschichten, sagen wir jetzt mal, eben Film noch, Theater, ist es die, wo du alles kannst machen. Du kannst Zeitsprünge machen, du kannst die vierte Wand brechen, direkt zum Publikum reden, und über das haben wir öfters geredet, wenn du ein Theaterstück schreibst, dann bist du schon viel beschränkter, weil du hast zum Beispiel ein Set, oder? Und wenn du das Set hast, dann kannst du jetzt in diesem Set zum Beispiel eine gewisse Zeit verlaufen lassen. Aber wenn du jetzt sagst, oh, und dann springen wir schnell zu einem anderen Set, dann müsste ich das ja umbauen. Und bei einem Film oft das Problem, dann aber von Geld und so, irgendwie, ja, man hat dann mega gerne noch einen Drei-Sekunden-Shot, wie er im Weltall ist. Ja, dann musst du das halt irgendwie organisieren. Schnell rauffliegen. Ja. Und irgendwie, der Conan O'Brien hat es gesagt, bei Cartoons kannst du das machen, oder? Du kannst dann irgendwie sagen, und dort ist der Mr. Burns schnell in einem Rocket Ship, und dann kommt er wieder zurück, und dort ist alles möglich. Und die einzige andere Form ist Stand-Up. Voll, ja. Weil dort kannst du das machen. Und du kannst immer brechen und ausbrechen und nebeneinander sahnen. Und du kannst eben einen ganzen Film erzählen. Ja. Auf der Bühne. Mit allen möglichen Details und mit allen möglichen aufwendigen Sachen, die irgendwie im Film, wahrscheinlich fast nicht realisierbar waren, oder? Voll. Und das ist geil. So vom Audio-Ding ist es eigentlich auch wie ein Hörspiel, oder wie ein... Also das habe ich zum Beispiel das coole beim Radio immer gefunden, dass du eigentlich einfach mit... Einfach allein, mit wenig Sachen, ob viel... Eben, du kannst genau das machen, was du gerade willst. Du hast keinen Entscheidungsweg, lange... Eben auch bei der Comedy, das ist einfach mein Ding. Ich mache genau das. Also logisch, fangst du dann an Spielen und so, und es wird knallhart gemessen. Du kannst sagen, ob es ankommt oder nicht, aber es ist so... So tief frei... Es ist so maximale Freiheit, finde ich, in Stand-up-Comedy. Du kannst einfach... Ja, machst. Und du kannst es allein, du brauchst niemanden dazu. Du brauchst das Mikrofon, im besten Fall, wo funktioniert die Soundanlage, wo oben ist. Das wäre noch wichtig. Das hilft. Das hilft, aber es geht theoretisch auch ohne. Natürlich, aber eben, du hast ja schon gesagt, das Mikrofon ist eine Art ein Instrument, dann auch, wo du kannst irgendwie eben modulieren, machen und tun. Und ja, das ist schon nice, die Freiheit zu haben, wo du eben dann im Job oder in anderen Sachen halt mega... Ja, bist einfach abhängig von den möglichen Faktoren und es ist nicht so einfach, zum Sachen irgendwie machen und Stand-up-Comedy gehst einfach. Ja, die absolute Freiheit, die zieht sich ja komplett durch. Gestern haben wir darüber geredet, was könnte der Start-Song sein für die Programme. Und da hast du irgendwann gesagt, also eigentlich ist alles möglich. Ja, voll. Kannst du etwas spielen. Und die Realisation, die braucht es aber auch. Ja. Zuerst. Ja. Weil irgendwie, wenn du jetzt für zwei am Morgen irgendwie einen Song brauchst, dann ist es so, haben wir recht dafür, dürfte er auch dort laufen oder nur dort. Und weißt du, es braucht schon wieder mehr Abklärung. Ja. Auf der Bühne, die Suisse-Liste, das ist der Song, so lange läuft er, ist gemacht. Du darfst einen Song abspielen, egal welchen. Ja. Aber zahlst du das? Das ist ja. Ah, okay. Je nachdem, wie es abgerechnet wird. Gut. Ja. Das ist jetzt der Obernert-Tag. Aber ich habe es nicht gerade gedacht. Nein, aber es ist... Hast du das Recht, zumal als Künstler auf der Bühne einfach, könntest du nicht einfach führerstehen und dann alle drei Minuten wieder einen Song ablassen? Ja, also kannst du schon. Doch, kannst du. Aber du musst schon für das zahlen. Genau. Ja. Ja, und es kommt halt auf A, gewisse Häuser zahlen das für dich. Im Normalfall übernimmt das Haus. Ja. Wenigstens musst du auch du. Okay. Aber am Schluss ist das... Okay. Das ist ja gar nicht so viel. Ja. Redest du mal mit Musikern? Das sage ich auch. Ja, kommt nicht so viel rein. Genau. Ob jetzt du, Bibi, ein paar Solo-Auftritte von dir, noch einen Song von mir abdrückst, das macht jetzt der Brote nicht fass. Ja, wahrscheinlich nicht. Nein, aber dort habe ich dann irgendwann, ich weiss auch nicht, im zweiten Programm, da habe ich es so klar gesagt, das ist mein Startsong, das ist das. Und dann habe ich einen Totenhosensong geliebt. Dann habe ich das Ganze gelöst. Dann habe ich so gedacht, ah, schade spiele ich noch ins nächste Programm. Ja. Weil dort wäre das jetzt der perfekte Schlusssong. Aber nicht an Tagen wie diesen. Nein. Nein. Wie heisst er? Über den Wolken? Oder unter den Wolken? Ich weiss es nie. Ah, ja, ich weiss es gerade wieder. Und dann habe ich irgendwie, ich glaube sogar der Niere gehabt, mit dem Programm. Und dann habe ich so gefunden, wieso nicht? Natürlich kann ich das spielen. Das ist für mich schon. Voll, du kannst alles wechseln, ja. Und dann ist das mein Schlusssong gewesen. Und ich habe es geliebt. Ja. Fuck yes. Weißt du, aber es ist so, die Realisation, habe ich zuerst auch müssen haben. Weil einfach so, du bist zuerst so, ja nein, aber ich kann ja eigentlich das als Schlusssong und so. Nein, es ist deine Entscheidung. Aber für mich, das ist auch so etwas, wo ich mich so ein bisschen wie freu, wie ein kleines Kind, dass ich jetzt der eine Song, dass der dort am Schluss läuft, wenn die Leute aus dem Theater rausgehen, dass ich beim Intro etwas bringen kann, weil das fand ich auch schon bei zwei am Morgen als Produzent, wenn man eine Sendung hat, und dann mit, welchen Song nimmt man dort und so. ich liebe es auch mit Musik zu arbeiten, irgendwie so. Und, und das jetzt, dass ich jetzt etwas für mich selber dürfte Musik auswählen, das ist, das finde ich grossartig. Es ist wie so, das Problem ist, es gibt einfach zu viele. Es gibt zu viele, die ich würde auswählen, jetzt musst du dich dann irgendwie entscheiden. Aber wie du sagst, nicht mehr mit dem Zustand, bei einer anderen schon einfach etwas Neues. Ja, und irgendwann hast du ein zweites Solo und merkst, ich habe mittlerweile Playliste voll mit Songs. Irgendwann merkst du, der ist es jetzt. Und dann, wenn du aus irgendeinem Grund bist, dann vielleicht doch wieder nicht mehr. Und so weiter. Das finde ich etwas Geiles. Es ist ein viel grösserer Prozess, als einfach, sich fünf Minuten Material überlegen. Absolut. Und wie ist jetzt so, wie ist jetzt so die Gemütslage, was sind wir jetzt, knappe Woche vor Premiere. Also wenn du noch Tryout vorhat, bist du jetzt eher nervös, eher vorfreudig? Nein, ich bin schon vorfreudig. Also nervös bin ich wie nicht mehr, weil ich, also ich bin nervös gewesen, so eben in der Zeit, so vor zwei Wochen, als ich das Tryout gemacht habe, dann bin ich so zu mittendrin noch gewesen, sozusagen in der, Scheisse ist am Dampfen gewesen. Und jetzt habe ich so das Gefühl, eben kann es für mich mal, auch so durchgemacht. Ich kann, ich habe irgendwie, das Gefühl entwickelt fürs Ganze, was ich bis jetzt nie gehabt habe, bis jetzt bin ich immer an den einzelnen Stil. Und ich bin auch relativ entspannt und, und bei gutem Mut, dass es, gutem Mut, dass es, dass es gut kommt. Was ich bei mir so merke, ist einfach, ich bin, hey, es hat viel mehr, ich habe gedacht, hey, ich bin seit einem halben Jahr dran, es hat viel mehr zerrt, als ich mir das vorgestellt habe. Weil wenn du, eben, ich arbeite ja noch, irgendwie normal, und, und habe das noch nebendran. Und ich merke wirklich so, wie ich, obwohl ich im Sommer noch zwei Wochen Ferien habe, wie ich so ein bisschen, irgendwie ein bisschen mit meiner Kraft nicht am Ende bin, aber so ein bisschen, hey, ich bin froh, wenn die Premiere mal draussen ist, dann zumal so einfach alles entspannen. Weil ich, ich komme im Moment nicht mehr so zum Entspannen. Ich bin zwar entspannt im Sinn von, hey, das kommt gut. Also ich, ich bin sicher, das kommt gut. Und ich weiss, und ich bin zufrieden mit dem, was ich, mit dem Material, und ich, und ich freue mich mega auf den Dings, aber ich, ich merke auch so, ich bin irgendwie müde von dem Ganzen. Ja, ja, es ist auch ein sehr stolzer Zeitplan gehabt. Ja, es ist schon so, ja. Aber, äh, haben wir, haben wir ja auch, gemerkt, schlussendlich, wenn du in einem Jahr die Premiere hättest. Ja, wäre es wieder gleich, der gleiche Stress am Schluss. Genau, es hat sich nichts geändert. Also, ich bin jetzt ein paar Tage im Klarus gewesen, und habe gefunden, ja, ich will jetzt ein bisschen neues Material haben, für die Saison und so. Ja. Und dann habe ich wieder das klassische Problem wie immer, wo ich so merke, ich habe erst in einem Jahr das neue Programm draussen. Mhm. Ich habe jetzt einfach noch nicht so ganz, ja. den kreativen Druck. Ich habe jetzt sowieso ein kleines Hömel gesetzt, ja, und weiss, dass ich an dem jetzt nur muss schaffen, und dass ich dort etwas will machen, und so, und jetzt der, der Prozess, ja, der geht einfach länger. Du kannst eben nicht einfach sagen, hey, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt zwei Tage schreiben, dann habe ich zehn neue Kilominuten. Ja. Es ist, es ist ein bisschen mehr Prozess, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen mehr drumherum. Ja. Und ja, zwei Wochen vorher macht es dann auf einmal so, zwei Wochen vor der Premiere macht es dann so, oh, das machen wir jetzt so, und das machen wir jetzt anders. Und das ist aber, weil irgendwie die Unterbewusstsein weiter geschafft hat, weil du immer konstant an dem herumstudierst, man hat ja immer das Gefühl, die Idee kommt aus dem Nichts, aber das ist ja nicht so. Nein. Aber du überlegst dich an sie dann dann. Und, und, und bei meinem ersten Programm, du bist, du bist, du bist reisen, und danach hast du mit dem dir schon klar ein Ziel gesetzt, und du hast so viel in dir drin, wo du irgendwie schon nicht gewusst hast, aber wo einfach schon klar war, das muss in irgendeiner Art und Weise nehmen annehmen. Voll. Und durch das entsteht dann auch auf einmal so was. Ja, ja, aber ich glaube eben genauso die Vorab, dass du das ein Jahr vorher schon mal gemacht hast, oder eben, dass ich auch im Januar, dort ist gar nicht so viel neues Material entstanden, ich habe einfach mal das Ganze büschelt, aber nur, dass ich mich dort mit dem auseinandergesetzt habe, das hat irgendwie dann, ein halbes Jahr später, irgendwie zu dem geführt, ah, da, so kann man dort weitermachen. Also du musst irgendwie, es ist ja immer in dem Moment, da denkst du, ich habe nichts gemacht, aber nur schon, dass du dich auseinandergesetzt hast mit dem, und auf nichts gekommen bist, bringt dich dann ein halbes Jahr später darauf, ah, dort ist ja etwas gewesen, und es ist ja, die Lösung ist so einfach. Aber wenn du nie mal angefangen hast, mir mal irgendwelche, mal so ein bisschen auszulegen, dann, dann kommt der Moment nicht, und darum braucht es einfach mega Zeit, also ich glaube, es gelingt dir nicht in einer Woche, so ein Programm zu schreiben, also schon, aber es wird einfach nicht so gut. Genau. Ich habe das Gefühl, ja. Es braucht Zeit, irgendwie. Ja, und es braucht eben die Auseinandersetzung damit, ja, das hilft, weil du dir die Gedanken machst, aktivierst, aktivierst wieder irgendeine, irgendeine Hirnwindung, die an dem dann, ja, weiter schafft. Voll. Wobei ich jetzt auch merke, im Moment ist es für mich wie schwierig, ich könnte jetzt im Moment nicht neues Material, also ich habe im Moment nicht neu gesehen, nicht neue Sachen, und dachte, ah, aus dem könnte ich eine Show machen, ich bin völlig draussen, weil ich denke nur an mein Programm und so mein Sensorium für Comedy im Umfeld ist mir dann einfach abgestellt, weil es ist einfach so, es geht gar nicht rein. Und das, auf das freue ich mich auch wieder, wenn das wieder ein bisschen kommt, wenn ich wieder kann, weil jetzt schlussendlich seit einem Monat bin ich jetzt wirklich einfach an dem Material, was ich habe, aber ich habe eigentlich auch wieder Lust, schon wieder neue Sachen zu machen, und das muss ich jetzt wie einmal schnell hinten anstellen. Ja, aber das, also mir ist das so gegangen, nach der, warte jetzt, Premiere vom zweiten, habe ich am, das ist glaube ich Freitag gesehen oder so, oder Samstag, am Dienstag danach, habe ich neues Material geschrieben, weil eben dann, im Kopf, wie so, so ein Strich darunter gemacht wird, okay, der Prozess ist abgeschlossen, geil, eben dann gibt es auf einmal so ein Gefühl von Luft, wow, und dann gehen auf einmal wieder, eben die Sensoren, die Comedy-Sensoren, gehen dann auf einmal wieder brutal an, ja, und zum Beispiel, ich habe es gemerkt gehabt, weil ich jetzt, nicht der Jahresrhythmus habe können machen, wegen Corona, sind die Comedy-Sensoren, sind so ein bisschen abgestumpft, und eben schon nur mit dem Prozess, ich gehe wieder einmal an, ich probiere ein neues Material, habe ich jetzt gemerkt, seitdem, sind meine Sensoren wieder völlig anders, ich schreibe wieder viel mehr Ideen auf, wo eben wieder auch so ein Aktivierungsprozess, ja, im Gang ist, wo einfach irgendwie vorher so ein bisschen abgestumpft ist, weil eben, ja, für wen und wieso, und, ja, nicht demotiviert, sondern einfach, das ist so, automatisch von aussen passiert das halt einfach, weil irgendwie, du hast dann auch wenig Inspiration gehabt, ja, bist du auch noch zu Hause gesessen, oder? Ja, und das hast du auch gemerkt, alle Comedy-Programme, weißt du, auf Netflix und so, wo in letzter Zeit rausgekommen sind, ja, hey, wenn irgendwie die erste halbe Stunde Covid-Material ist, dann bin ich schon so, boah, ja, ich würde es nicht mehr hören, und das gibt dir ja dann eben auch gerade das gegenteilige Gefühl von, boah, es gibt ja nicht einen Moment, jetzt will ich mega viel neue Shit machen, sonst, ach, wir sind immer noch dort. Was willst du machen, ja, für was machst du es dann überhaupt, du hast dann auch keine Perspektiven, ja, und die brauchst du ja irgendwie zum, 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 das ist ja auch immer so, wie wir sind mal, äh, dann haben wir das erste Mal so, so Büssli-Ferien gemacht, und dann, äh, ich habe mich nie mit Büssli auseinandergesetzt, so den FW-Biseln, was es gibt, und man hat dann ein bisschen mieten und so, irgendwie da, ich glaube, bei MyCamper kannst du da die, die, die Büssli mieten und so, und dann, plötzlich, sehe ich auf der Strasse, beim Velofahren, sehe ich nur noch Büssli, und sie sagten, hä, es ist ein riesen Hype, es sind überall jetzt Büssli rum, so, wo sind die überall herkamen, die Hure Büssli, es ist wie so, es ist wie so manisch gewesen, und ich habe, oh, oh ja, das und das, und es ist einfach so, einfach weil das Hirn jetzt auf Büssli programmiert ist, wie du in zwei Wochen in die Ferien gehst, und du noch so ein Büssli brauchst, und plötzlich habe ich nur noch ein Büssli gesehen, und jetzt sehe ich keinen mehr, weil ich einfach die Büssli-Ferien viel anstrengender finde, als ich mir das vorgestellt habe, du bist dann auf diesen scheiss Gampingplätzen, das ist wirklich einfach mühsam, ja, und, nein, es ist okay, nein, ich habe es mir einfach romantischer vorgestellt, ah shit, weil das war auch unser Plan für nächsten Sommer, nein, es ist eine super Büssli-Ferien, ich muss einfach, ich muss einfach einen Plan haben, ich habe gemerkt, es ist gut in ein Land gegangen, wo es genug Platz hat, es sind so auf Inseln gewesen, wir waren in Skandinavien, ah, super, das würde ich glaube auch machen, also da brauchst du auch nicht den Campingplatz, nein, eben, das ist schon freies Camping erlaubt, das ist mein Learning gewesen, bei Büssli-Ferien, ging noch einmal da hin, wo es genug Platz hat, wo du halt auch kannst, irgendwie ausserhalb noch einmal, und Skandinavien wäre glaube ich super, so, es ist einfach ein grosses Land, und wir sind so gehorscht, ich habe Sardinien gesehen, es ist einfach alles so ein bisschen eng, und eine enge Strösschen, und dann musst du am Schluss gleich auf den Campingplatz, und der Campingplatz finde ich so etwas Pünzligs, dann, wenn die Leute schauen, wie viel Wasser du brauchst beim Abwaschen, grundsätzlich, ich hätte dann ein bisschen, irgendwann schon einfach ein Dusch, gegen ein Hotelzimmer, so, oder ein Pensionszimmer, einfach, dass du dort in Ruhe hast. Aber mittlerweile habe ich gehört, es sind Campingplätze, sind ja zum Teil so halbe Hotels. Ja, es gibt schon recht fancy Zeugs. für 20 Euro mehr, hast du noch eine Wellnessanlage, die ganze Zeugs, du kannst dann auch eine Sauna machen. Glamping heisst das ja, genau, ja, es gibt alles, aber, ja, ich finde einfach so ein bisschen, und das Zeug ist, auf dem Campingplatz, die Leute sind nicht mehr bis am Rumen, es ist einfach so, den ganzen Tag, du bist irgendwie, du kommst raus und die Leute räumen etwas, irgendwie wieder in die Wäsche, und dann die Kinder machen wieder etwas, es ist einfach immer, es ist immer etwas am Rumen, es ist wirklich, du kommst einfach so 20 Haushalte gleichzeitig umherum, und es gibt einen Grund, warum du in einer Wohnung wohnst, wo du andere Haushalte nicht mitbekommst, warum gehst du dann in den Ferien, wo andere, wirklich, das gibt Material für das nächste Programm, Campingplätze, der nächste Rant da, nein, aber ich finde es wirklich, ich check die Faszination nicht, von Campingplätzen, es hat null mit Natur zu tun, es ist wirklich einfach, Wohnungen aussen hergestellt, in der ehemaligen Natur. Es ist die günstige Variante. Es ist so, ja. Eben so, aber dann finde ich so, hey, aber dann gehe ich lieber irgendwo zu zelten, und dann so ein bisschen into the wild. Ja. Aber ja, du musst auf so viele Sachen denken, dann irgendwie, ja, das ist ja, Kocher und all diese Sachen. Ich finde ja grundsätzlich, egal wo du herangehst, das heisst immer, ja, ja, und wenn du etwas vergessen hast, kannst du das ja dann dort kaufen, oder? Also erstens will ich das nicht, und zweitens, nein, meistens genau das, was ich vergessen habe, kann ich eben nicht noch nicht mehr kaufen. Also meistens dann so, Ja, es ist wirklich, ja, nein, es ist genau, ich kann mal, also Grippe, weiss nicht, aber starke Verkältung in Amsterdam hatte, und ich bin auf der Woche in einer eigentlich mega geilen, so ein bisschen so Einzimmerwohnung, mit kleinen Haaren, so, und es war eigentlich super, ich wollte auch schreiben, ich bin so krank gewesen, und ich habe mein Bett wollen, was schon mal nicht geht, oder? Ja. und ich wollte Neocitran, das hast du nirgene gekriegt, und ich so, fuck, und dann gehen sie da hin, wie so komische Bülferli, die nichts bringen, und so, und ich so, nein, ich will jetzt, ich will jetzt das, was ich kenne, wo mein Kopf, mir sagt, das hilft jetzt, ob es stimmt oder nicht, scheissegal, das Placebo funktioniert dort, ein bisschen, ich weiss doch nicht, was alles drin ist, aber einfach, ein bisschen Vitamin, ein bisschen, es macht dich auch so ein bisschen schlapp und so, genau, es hat alles drin dort drin, es ballert dich auch ein bisschen weg, herrlich. Aber in Deutschland, ich habe mal mit dem Deutsch gesprochen, da ist das illegal, also gibt es das auch nicht, das ist so, das Neocitran, das ist so die Schweizer Droge, das ist genau, das gleiche ist gesehen mit Antiallergikum, super viel Heuschnuppe, bin ich, und dann sind wir im Golf-Weekend in Bayern, und dann gehe ich so in die Apotheke und sage, ja, willst du natürlich vergessen haben, wie immer, ich sage, ich buche, wie es auch immer heißt, bla bla, ich weiss schon, wie es heißt, und dann die so, ja, haben Sie ein Rezept? Und ich so, was? Oh, das ist Rezeptpflichtig. Ich so, nein. Und die so, ja, kann ich es nicht geben. Und dann kannst du mir eben irgendetwas anderes, wo nicht bringt, oder? Und ich so, ja, wissen Sie, in der Schweiz ist das eben ohne Rezept. Ja, in der Schweiz ist alles ohne Rezept. So, da bist du so, also es sind jetzt zwei Medikamentebeispiele gesehen, aber so oft kannst du etwas nicht kaufen, was du brauchst. Ja. Linsedösli. Find mal in einem Linsedösli. So in einem kleinen Supermarkt. Meistens nicht. Es ist, ja. Dann nimmst du irgendwie Schottgläsli, oder machst du irgendwie so eine eigene Salzlösung. Schon hast du das gemacht, oder? Ja, ich habe es nicht gemacht. Ein Kollege hat das mal gemacht für eine Übernachtungskollegin. Okay. Das ist der Alkohol in die Augen. Am nächsten Tag hat es irgendwie dunkelrote Augen gehabt. ja. Und ich habe mal, genau, ich habe mal bei einem Kollegen das Falsche genommen. Für irgendwie nur harte Linsen und es muss dann irgendwie zwölf Stunden kochen, keine Ahnung was. Ja. Ja, ich sage, einfach zu Hause bleiben ist am sichersten, oder? Weisst, hast du die Apotheke, hast du die Mikro, so, kannst du schauen. Nein, aber wenn du, keine Ahnung, die gemittlige Trainerhose vergisst, kannst du nicht einfach schnell eine coole, neue gemittlige Trainerhose kaufen? Nein, genau das findest du aber nicht, ja. Wir haben dann irgendwo den Campingstecker vergessen und dann haben wir nicht mehr unseren Kühlschrank aufladen und dann, hey, und dann haben wir wirklich so einen Laden gesucht, wo man so einen Stecker kaufen kann, irgendwo auf der Insel, kannst du dir vorstellen. Natürlich haben wir einfach immer nur so Warme getränkt und es ist wirklich auch dort alles schief gelaufen. Am Schluss ist uns noch die Scheiben eingeschlagen worden. Nein. ganz vor wirklich und wir haben irgendwie ein Handy drin, glaube ich, im Wanderer, Handy und alles ausgeräumt aus dem Auto raus. Es ist wirklich so, ich habe gesagt, wir müssen ein paar Jahre Pause machen vor so Büssli-Ferien. Es ist wirklich auch vieles schief gelaufen. Das nächste Mal all-inclusive. Genau, ja, aber voller Hane. Ja, das finde ich auch wieder nicht geil, so etwas dazwischen, aber so ein bisschen Komfort ist auch, ist schon gut. Nein, es ist wirklich, aber es ist auch, es ist natürlich auch so ein, weißt du, so ein Secondhand-Bus, also Secondhand, wo einen selber umgebaut hat und da musst du dich genau wissen, wo was einsteckst und welches Drückerli, weißt du, es ist nicht so ein Standardbus gewesen, wirklich so, mega mit Liebe umgebaut, mega herzig, aber es ist so, wenn du halt es nicht checkst, wie wir halt, wirklich unfähig, technisch und handwerklich, dann geht es einfach schnell mal bergab. Ja, wir haben es wirklich zurückgegeben und das Büssli ist einfach, hat halb demoliert, die Scheibe kaputt, die Batterie von dem Kühler kaputt, hinten habe ich noch einen Kratzer rein gemacht, weil es so enge Strassen gewesen sind, es ist einfach so, da, so, tschüss, ja, hat es wahrscheinlich nie mehr vermietet nachher. Das sind so die Ferien, wo du weniger erholt zurückkommst, Ja, genau. Es wäre so, hey, man hat einen Monat Zeit gehabt, einen Monat unterwegs im Sommer mit dem Büssli, du kommst zurück und sagst, ich brauche noch mal einen Monat. Aber ja, ich bin eigentlich wegen dem Comedy-Radar bin ich draufgekommen, der Büssli-Radar. Genau, wenn du dich auf einmal mit etwas beschäftigst, dann geht es mega auf in die Richtung und du merkst so, eben, du siehst auf einmal nur noch ein Büssli, oder? Ja. Das ist wie, irgendwie ein Kollege von mir hat mal irgendwie, keine Ahnung, oder ich habe es gemerkt, ich weiß nicht, wir haben es irgendwie von smart gehabt. Mhm. Und danach habe ich gesagt, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich sehe keine Smart mehr auf der Strasse. Mhm. Und da so, ja, ich habe das Gefühl, es sind weniger geworden. Ja, stimmt, habe ich aber auch das Gefühl, es sind weniger geworden. Eben, dann ist das oft so ein Grundgefühl. Ja. Und jetzt ist es so, wirklich so, wenn du mal einen siehst, bist du so, wow, machst du fast ein Spiel mit dir selber. Hey, ich habe wieder mal ein Smart-Entdeck. Das sind wie die alten Reisespiele, irgendwie, immer wenn der, keine Ahnung, immer wenn das Blause-Auto für die Einfahrt. Immer wenn der VW Polo siehst, ist irgendwie Polo, oder? Siehst du, die Smart sind auch schwierig zum finden. die sind auch. Genau, man sieht sie nie. Ja, sie sind auch so, immer so hinten, wenn du immer so hinfährst, du merkst, ah, freie Parkpläse, ah nein. Smart. Aber das passiert mir auch weniger. Ja. Ich habe viel weniger so den Effekt. Nein, es hat weniger Smart. Ich bin überzeugt, die sind ein bisschen, das ist nicht mehr so in Mode. Gell? Ich glaube, die Smart-Fahrer, die fahren jetzt E-Bike. Das hat sich jetzt verlagert. Weil dann kannst du auch, es ist auch klein praktisch, musst du dir keine, musst du nicht zu viel Mühe geben. Machst du Zweiten, wenn du in den Sound-Attack bist. Du bist mit dem E-Bike hierhergekommen? Ja. Ja. Ja, ja. Ich finde E-Bikes schrecklich. Nein, aber es ist nicht mein eigenes. Ja, ja. Nicht, dass es so klingt, dass ich ein E-Bike, ich fahre ein ganz cooles Retro-Renn-Velo da in Syrien natürlich. Wie sich es gehört. Wie sich es gehört. Du hast es daheim an der Wand. Nein, ich habe es auch da. Ich bin eben, ich bin mit dem Schaffen, mit dem Velo und beim Schaffen haben wir eben jetzt so E-Bikes, wo man mit einer App gratis auslernen für 24 Stunden. Und dann bin ich zu faul gewesen, um quasi dann da herzukommen, weil es in der Nähe ist mit meinem richtigen Bereich. Dann habe ich das E-Bike genommen. Weil ich es lustig finde. Es ist schon geil. Es fährt fast von allein fast. Ja, das ist... Ich sehe den Reiz schon vom E-Bike. Ich sehe den Reiz schon, zum drauf sitzen, aber ich finde es wirklich das gefährlichste ever. Ja, das sowieso. Du hörst nichts und die haben Geschwindigkeiten drauf. Und die sind ja dann gleich rechts und du bist ja im Auto und dann hat die 5-Teile mit irgendwie 80 kmh rechts von dir vorbei. Weil die Leute rücken sich so über die E-Scooter auf und ich finde es so, die fahren ja nur 20. Also weisst du, wenn ich einen E-Scooter vor mir sehe, dann weiss ich, ich warte jetzt einfach mal, schaue, wo der hergeht und dann kommt das gut. Aber ich weiss... Ausser bist besoffen. Besoffene Menschen auf E-Scootern sind schon auch immer die meisten Gefahr für sich selber. Genau. Ich habe viele Kollegen, die schon E-Scooter-Unfälle gemacht haben. Ja, da gibt es grossartige Videos auch. Ja. Aber ja, E-Bikes, da habe ich das Gefühl, die Leute beherrschen mich. Das sind Leute, wo es jetzt ein E-Bike gibt, haben sie daran angefangen, Velo zu fahren und die haben aber gar nicht beherrscht, um richtig Velo zu fahren, aber fahren jetzt E-Bike und dadurch sind sie einfach so unkontrolliert auf diesen schnellen Dingen rum und logisch gehe ich jetzt auf die Presse. Und noch viel schneller. Ja. Ich glaube, die Unfallstatistik ist wahrscheinlich auch da, Skyrocket, wenn du das anschaut. Ich habe ja bei mir selber gemerkt, ich bin viel Velo gefahren und ich habe sehr spät die Autopriefe gemacht. Mhm. Und erst dann habe ich ganz viele Verkehrsregeln gecheckt, wo ich vorhanden als Velo nicht gecheckt habe. Ja. Und ich habe so das Gefühl gehabt, ich als Velo habe überall Vortritt. Ja. Und das ist genau die Art, wo sich die Leute dann drüber aufregen. Das ist schon so, ja. Weil irgendwie Rechts vortritt und du bist aber links und fährst einfach vollen Karacho weiter, oder? Ja. Dann bist du zwar am Schluss schon du die Schuld, aber du bist ja eigentlich auch vielleicht tot. Ja. Und Autofahrerin hat sich dann, ja, hat eigentlich recht gehabt und trotzdem irgendwie jemanden noch mitgenommen. Ja, das ist schon. Aber ich, Velo fahre schon, ich gehe immer davon aus, dass mein Auto nicht sieht, wenn ich Velo fahre. Einer so ein bisschen vorsichtig, aber ich fahre schon auch viel über Rot und so, weil ich einfach, also wenn es einfach keinen Verkehr hat, weil ich sage, hey, ich bin doch jetzt ein blöden Warter einfach. Also das muss ich zugeben. Ich bin schon auch so ein klassischer. Aber ich sage immer, ich habe es im Griff. Ich habe es im Griff. Ich gehe mit dem Velo, bei Rot gehe ich eigentlich immer, wenn du rechts bist. Du darfst aber unterdessen, nein, wenn du rechts gehst, darfst du eben über Rot. Das ist neu. Es hat immer so geile Pfeil in dem Velo, dass du darfst abbüren. Und das mache ich eigentlich immer, weil du bist ja blöd. Genau, dort macht es keinen Sinn. Aber natürlich sind unsere Strasse eigentlich nicht konzipiert für Velo. Nein, sie sind viel zu wenig breit. Wenn du eine holländische Städte anschaust, die effektive Velo-Wäge haben, das ist nicht wie bei uns einfach nur so ein Streifen, wo sie angemalt haben. Ja, und wo auch plötzlich aufhört so in einem Blumenbeet. Und dann sage ich, ja, merci. Es ist wirklich, in Zürich ist es wirklich arschlochmässig, wenn du Velo fahre. Sondern es ist dann effektiv, du hast sogar beide Wege, Velo, und dort ist niemand anders und dort hat dann auch wirklich Velo vorgetreten. Das macht schon einen Unterschied. Ja, das ist so. Aber eben, wir sind ja dran da irgendwie, aber es ist zum Teil wirklich einfach schwierig, weil die Häuser stehen halt dort und die Strasse ist so breit. Da ist noch das Drum. Ja. Dann ist es so, wo willst du da noch einen Velostreifen bauen? Ja. Oder auf dem Trottoir. Ein Fussgänger könnte dann halt. In Basel haben Sie jetzt bei gewissen Gleisen eine Gummi-Einlage gemacht, dass du mit dem Velo nicht mehr ins Gleis Oh, wirklich? Ja, hineinkommst und die Fressung hast. Ah, das finde ich aber gut. Geil? Ja, das finde ich auch gut. Das ist ja Kuchenstandard. Ja, hast du mal etwas Gutes gemacht? Die Basler können etwas da. Sehr gut. Das finde ich grossartig. Ja, wie das passiert. Vor allem mit den dünnen Pneus. Da bist du so, das ist übel. Das ist richtig weh. Also du hast ein richtiges Einwähl. Du bist einer, der es auf die Hände geht. Nein, nein, nein. Es ist gerade. Die Lenker sind so. Aber es ist so ein, keine Ahnung, so ein älteres, der ein bisschen aufgemotzt ist von der Velobörse. Ja. Hat wahrscheinlich einen geklaut und mir weiterverkauft. Klassiker. Klassiker. Wirklich, was dort läuft. Wir sind ja schon so viele Velos gestohlen worden. Ich mache Wette. Eine Woche später würde ich es. Ich habe mein gestohlenes Velos wieder gefunden. Nein, das wäre jetzt eine bei mir Frage gewesen. Ich frage mich, ob ich jemals ein Velos, das von mir gestohlen worden ist, ob ich das mal neu im Erfinder an einem Velobörse oder so. Nicht an der Velobörse, sondern bei den Migros, bei mir, beim Kreuzplatz, den Nachdenken, wo ich wohne. Ja. Ich habe schon seit zwei Monaten ein neues Velos. Ich fahre so her. Und ich sehe so. Meine Frau sagt, das ist dein Velos. Ich sage, hä, komm so her. Ich sage, es ist wirklich mein Velos. Und es ist abgeschlossen, natürlich mit einem neuen Schloss. Und dann habe ich mich wirklich halt bei der Migros auf die Lur geleitet. Und dann habe ich dann wirklich so, weißt du, so detective-mässig haben wir geschaut, wann kommt jemand. Und es ist niemand gekommen. Aber ich habe dann meine Nummer hinterlassen und die Besitzerin hat mir tatsächlich geschrieben, hat gesagt, sie hätte es bei der Velobörse gekauft. Vor einem Jahr. Und ich habe gesagt, das kann ja nicht. Also eben, es ist alles ein bisschen shady. Ja. Weil vor einem Jahr habe ich das Velos noch gekauft. Also ich sage, ah nein, nein, das sei sie nur so dahingestrieben mit einem Jahr. Jetzt bin ich entweder, entweder ich sie die bin, oder, oder es ist tatsächlich, sie ist einfach verpeilt und sie hat es wirklich bei der Velobörse gekauft. Sie hat behauptet, sie hätte es für 500 Std. gekauft. Ich weiss es nicht. Das würde ich behaupten. Ja, eben. Und jetzt weiss ich noch nicht genau, wie ich es weiterverfahren soll. Ich glaube, ich habe das Velos nie mehr gesehen, aber es ist natürlich in meinem Quartier. Also wenn sie weiter mal dort herkommt, dann schließe ich mein Schloss darüber, schließe es ab, hole die Polizei und sie soll jetzt anderen aufsagen. und dann habe ich es wieder. Shit. Das ist mein Plan. Der Frank hat so eine jenseitsige Geschichte über sein ein Velos, das gestohlen wurde. Schon? Ja. Also ich glaube, er hat sie noch nie auf der Bühne erzählt. Ja. Ich kann sie jetzt auch nicht die Teigertreue wiedergeben. Mhm. Aber es ist irgendwie, es ist ein riesen Zeugs gewesen, mit, 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 mit halt irgendwie anderen Anklagen. Ja. Weil er quasi, sie haben eben die Person irgendwie gefunden, die das Velos gestohlen hat und danach hat dann irgendwie der Frank effektiv die Person können verklagen, eben auf Diebstahl und dann hat er wie so ein Dokument gekriegt, wo dann irgendwie alle anderen Anklagen auch drin gesehen sind. Okay. Weißt du, irgendwie noch mit irgendwelchen WhatsApp-Nachrichten als Beweis und alles so. Krass. Er war ja mit Zeugen in einem Fall. Ja, er hat dann einfach auf einmal Einsicht gehabt. Okay. So wie Facebook bei einem Kriminellen. Weißt du, kannst du einfach alles durchschauen. Und er hat jetzt den Frank anschauen Den Frank? Ja. Ah, klar. Ich weiss nicht, wie viele. Ah. Franky. Ja, bitte. Franky Hollywood. Francesco. Der anonyme Comed, der auch Comedy macht. Per Zufall. Per Zufall. Es gibt zwei Franks, hast du gewusst? Ja, aber der einen nennt sich nicht so. Genau. Oder gibt es noch mal einen? Nein, das sind glaube ich die Einzigen. Der Kiko? Ja. Frank Cabrera Hernández. Hernández. Frank. Ja, ja, das habe ich gewusst. Hat er, bringt er ab und zu auf der Bühne. Vor allem, wenn er den Frank moderiert hat. Und sagt, jetzt kommt der lustige Frank. Der Joke bringt er jedes Mal. Das hast du nie überlegt, gell? Einen Bühnen-Namen. Hey, Moli kann man es schon überlegen, aber ich bin glaube, ich war dann zu faul gewesen, zum, und dann habe ich gesagt, ja, jetzt heisse ich halt schon so. Ja. Ich weiss es nicht recht. Ich dachte, es würde es eben amig einfacher machen, eben mit dem ganzen Marketing und sich selber vermarkten, wenn man sich ein bisschen von der Bühnenfigur distanzieren kann. Ja. Fände ich es wie noch von Vorteil. Aber irgendwie habe ich nicht so recht gewusst. Es hat sich irgendwie auch komisch angefühlt, weil ich bin ja nicht irgendwie eine Figur. Ich bin ja nicht irgendwie verkleidet und eine Figur dann... Genau. Und was ich gemerkt habe, ist, dass die Menschen, die das machen, irgendwann, egal wie lange es geht, wenn sie dann aber gleich als sich selber auf die Bühne. Ah schon? Ja. Also, es gibt ja, im Deutschen ist das ja sehr lange grosse Trend gesehen. Und jetzt zum Beispiel Cindy aus Marzahn hat es gegeben. Die ist irgendwann die Ilka Bessin geworden. Sich selber. Ah schon? Wie heisst die? Ilka Bessin. Die tritt jetzt als... Als Ilka Bessin auf. Ah, okay. Das habe ich nicht gewusst. Zum Beispiel. Ja. Und dann merkst du eben wieder, ah, Ilka Bessin auf der Bühne ist nicht viel anders als Cindy als Marzahn. Sie sieht einfach anders aus, weil sie nicht mehr das pinke Traineroutfit hat und so. Aber die Bühnenfigur ist eben dann gleich sehr nah bei ihm selber. Dann gibt es den Dings, wie heisst der? Paul Panzer. Ja, den finde ich sehr lustig. Den finde ich auch lustig. Aber hast du gemerkt, dass der mittlerweile... auch normal ist? Ja. Dass der... der Frida hat jetzt ein bisschen wie ein Sprachfehler gehabt. Das ist jetzt alles weg. Ah, das stimmt, das ist nicht mehr so extrem. Ja. Das ist eigentlich auch mehr sich selber geworden. Ja. Weil du irgendwann genug hast von dieser Rolle, oder? und dann willst du irgendwie normaler werden. und irgendwie, das würde ich auch dort kreativ beschränken, weil die Rolle hast du ja mal kreiert und irgendwie die Rolle kann vielleicht gewisse Sachen mehr so machen, aber bei anderen Sachen passt es dann wie nicht mehr. Ja. Und irgendwie, also, es gibt immer wieder Beispiele, weisst du, irgendwie auch geile Nummern und sagen, ja, das kann ich nicht für die Figur machen. Mhm. Dann müsstest du schon wie eine neue Figur kreieren, oder? Ja. Der Dave Davis ist auch so ein gewesen, im Deutschen. Dave Davis hat früher, wie hat er geheissen, so einen so einen so einen Putzmann hat er gespielt. Ja. Dann ist er immer im ganzen Putzoutfit, ist auf die Bühne gekommen und so. Ah, ja, sagt man wirklich. Und irgendwann hat er gefunden, fuck that shit, ich bin jetzt Dave Davis. So wie ich halt bin, oder? Und ich glaube, es ist eben, schlussendlich, wenn du lange überlebst in deinem Business, ist es trotzdem nicht ganz so nachhaltig. Ja. Oder du musst eben irgendwie die Figur einfach verändern. Ja. Also zum Beispiel, zum Beispiel, die Helga Schneider von der Regula ist mittlerweile recht die Regula. Ja. So, sie hat zwar noch die Perücken an und sie ist da, aber es ist, klar, ist es immer noch eine Bühnefigur. Ja. Die Regula privat ist anders als auf der Bühne und so weiter und so fort. Wie wir alle eben, wie auch der Philipp ja auf der Bühne, ja, genau. anders ist als privat. Und bei Stand-Up hast du zum Teil die Unterscheidung nicht ganz so fest, aber... Oder du gibst den Leuten zumindest das Gefühl. Ja. So ein nahbares Gefühl, das ist jetzt der, aber eigentlich, das ist so ein bisschen eigentlich das Cool am Stand-Up, dass die Leute eigentlich das Gefühl haben, ah, sie kennen den, aber eigentlich ist es ja gleich auch eine Übertreibung. Aber auch im Film, irgendwie sie und ah, wo quasi die normalen sind, sind ja dann gleich nicht voll wie die Schauspielerin und der Schauspieler. Aber es sind natürlich die normalen Leute, wo man sich irgendwie kann damit identifizieren, oder? Das ist ja eigentlich bei die Office, du darfst dich nicht mit einem crazy Chef identifizieren, sondern mit denen, die immer so finden. What the fuck? Ja, was geht da jetzt wieder ab? Ja, absolut, ja. Wobei ich auch zum Beispiel das Gefühl, beim Kick heißt es ja vor allem, bei ihm ist es einfach so ein bisschen ein Übername. Es ist ja nicht, es ist ja nicht einfach so... Ein Quatsch ist es geheissen, es ist einfach so ein Spitzname. Eben, einfach so ein Spitzname. Ich finde es wieder etwas anderes, dann heisst es halt einfach so, wie ich die Leute eh schon nenne. Ja, ich meine, der Büssi ist auch für alle der Büssi, er heisst aber Stefan Büsser, und er tritt nicht auf als Büssi, aber es ist halt auch einfach so ein Spitzname, was ich irgendwie gegeben hätte. Aber ja, ich habe schon gedacht, ich habe viele wieder gekriegt, das klingt, so ein Standardname, also, weisst du, keine Ahnung, weisst du, ist das vielleicht zu, ja, klingt nach nichts, oder so. Wir haben dann schon einmal überlegt, ist das schlau, zu heissen, aber die meisten Namen sind eigentlich langweilig. Der Dings, wie heisst es? Logan Paul, der YouTuber, der behauptet, nur mit einem guten Namen kann man erfolgreich werden. Ja. Er behauptet das. Okay. Und dann habe ich so gedacht, ja, dann bin ich definitiv auf dem Falsch. Den Namen kann sich nie übermerken. Ja. Aber es ist ein grosser Name, also so, Joel von Mützenbecher, das ist auch so. Die Leute haben immer das Gefühl, das ist ein Künstlername. Ja. Ja. Vor allem, als ich im Theater gespielt habe. Ja, es klingt schon sehr. ja, der arteste Schauspieler. Und als ich dann vor allem Comedy anmache, haben sie sowieso das Gefühl, das ist ein Künstlername. Ja. Ich meine, das ist irgendein Gag. Ja. Aber ja, also Philipp Wiederkehr. Ja. Funktioniert. Ja, ja. Ich glaube, keine Ahnung. Mal schauen. Aber am Namen soll es nicht scheitern. Aber ich habe es mir auch schon überlegt. Einfach zum eben sagen, ja gut, dann kann ich mich als Privatperson irgendwie von dem distanzieren, was ich dann auf der Bühne sage. Aber dann finde ich so, ja, ich stehe dahinter und so. Das bin ich da. Ja, logisch. Dann macht es wirklich keinen Sinn. Es hat sich jetzt irgendwie komisch angefühlt. Ja. Ja. Drum, ja, das gehe ich als das, was ich gehe. Hey, und es wird geil. Ja, voll. Ja, voll. Nein, ich glaube auch. Ich glaube auch. Es hat mir sehr Spass gemacht, mit dir zusammen zu arbeiten. Ja, ebenfalls. Und ich habe wirklich das Gefühl, es ist sowieso schon etwas Gutes rumgesehen. Und es ist etwas Gutes aus dem Griff. Ja, nein, ich auch. Ich, ich, ja, finde es cool. Und es ist irgendwie jetzt, ja, ein schöner Kreis, der sich da schliesst, in dem Podcast. Ich hätte nicht gedacht, dass du so früh wieder kunstst, damit wir dann die, 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 die Solo anpreisen. Ja, ja, aber nein. Wo ausverkauft ist, darum, 3. November. 3. November, genau. Genau, Donnerstag. Auch wieder im Comedy House Zürich. Hey, ja, danke dir vielmals für, für die Reise. Es ist fast schon so sentimental. Das ist mega. Aber wir haben ja noch, ich glaube Premiere und so, das wird dann schon nochmal. Absolut. Der emotionale Höhepunkt da. Ich freue mich sehr drauf. In dem, in dem Zusammenarbeit. Und ich freue mich ehrlich gesagt auch, um dich dann mal, einfach ohne, dass wir so wirklich müssen über das Programm reden, einfach mal dann nachher ein Bier mit dir gehen nehmen und so. Genau. Und dass wir nicht mehr so professionell miteinander reden müssen. Also, so. Nein, als wäre es so streng. Aber nein, einfach so mal, so ohne den ganzen Ballast, ist schon auch mal cool, wenn es dann, wenn es dann durch ist. Unbedingt. Unbedingt. Und du gehst auch immer an gute Konzerte und Festivals. Stimmt, da haben wir ja rausgefunden. Wir haben ja eigentlich noch einen ähnlichen Musikschmack. Ja? Ja, dass wir in irgendeine gute Show gehen und schauen. Ja, das machen wir. Das ist abgemacht. Definitiv. Ja. Sehr gut. Mit einem Kiel-Kopfen-Getränk. Ja. Genau. Unbedingt. Vielen Dank, Christoph auch. Und danke euch fürs Schauen und Lohsen. Macht's gut. Peace. 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 Bis zum nächsten Mal.